Und ich fühle mich in gewisser Weise auch dankbar dafür, dass ich meinem Land Sachsen-Anhalt ein bisschen was zurückgeben kann. Denn ich arbeite in der Grundlagenforschung, ich verbringe sehr viel Zeit damit, Dinge zu tun, die die Menschheit unmittelbar nicht voranbringen. Vielleicht mal in 50 oder 100 Jahren kommt man auf das zurück, was ich mal herausgefunden habe und passt zufällig für irgendwas Nützliches. Im Augenblick ist das nicht so. Und dieses Schicksal teile ich mir mit sehr vielen meiner Kollegen in der theoretischen Physik, in der Grundlagenforschung. Und trotzdem bezahlt uns der Steuerzahler dafür, dass wir das machen dürfen. Und es gibt von Leonard Euler, dem berühmten Mathematiker des 18. Jahrhunderts, ein Zitat, der war Zeit seines Lebens Bedienster, Hofmathematiker, entweder beim Zahra oder beim preußischen König. Der hat gesagt, ich kann erforschen, was ich möchte. Der König nennt mich seinen Professor. Ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Und ja, das hätte ich auch sagen können. Ja, bitte auf den König. Ja, bei mir ist es der Ministerpräsident oder die Landesregierung, die mich bezahlt. Also ich bin auch der glücklichste Mensch der Welt, weil ich diesen Beruf ausüben kann. Und weil ich dieses Format so schön finde, Heinz Billing, ja, der kommt eben aus Salzwill, aus Sachsen-Anhalt, und das ist sozusagen die Eintrittskarte für diesen Vortrag. Wenn Heinz Billig nicht gewesen wäre, dann gäbe es in diesen Räumlichkeiten auch keinen Vortrag über Gravitationswellen. Ich werde also Heinz Billing als sozusagen Entschuldigung benutzen, um Ihnen heute etwas über Gravitationswellen zu erzählen. Und dieses Format hätte noch andere Möglichkeiten. Und ich habe hier mal eine kleine Auswahl mitgebracht. Also, da haben wir hier zum Beispiel Otto von Gericke. Zu dem muss ich nichts sagen, den kennen Sie alle. Ja, er findet eine Vakuumpumpe, hat das Vakuum demonstriert, hat sich Gedanken gemacht über die Kräfte, die den Mut aus seiner Umlaufbahn halten. Er war ein sehr universeller Gelehrter und gleichzeitig erfolgreicher Bürgermeister von Magdeburg in der Zeit des Wiederaufbaus nach dem Dreißigjährigen Krieg. Aber es gibt auch ein paar Leute, die Sie vielleicht nicht kennen. Zum Beispiel hier Johann Gottfried Galle. Der kommt, muss ich nachgucken, der ist in der Gemeinde Radis bei Gräfen Heinichen geboren und hat auch gelebt und ist aufs Gymnasium in Wittenberg gegangen. Und dieser Herr Galle, der hat den Planeten Neptun entdeckt. Und allein über diese Entdeckung könnte ich eine ganze Vorlesung, also einen ganzen Abend eine spannende Geschichte erzählen über Wissenschaftspolitik, Wissenschaftsgeschichte im 18. Jahrhundert, wie sich die Astronomie von einer Beobachtenden zu einer mathematischen Wissenschaft entwickelt hat und wie schwierig es war, diesen Planeten zu entdecken, obwohl er auf dem Papier schon bekannt war. Also da könnte ich eine ganz tolle Geschichte zu erzählen, auch mit Verbindungen aus Sachsen-Anhalt. Also notieren Sie sich das, Herr Galle. Dann haben wir hier Wilhelm Eduard Weber, auch in Wittenberg zur Schule gegangen und da auch gelebt. Der hat den ersten Telegrafen gebaut und hat die Lichtgeschwindigkeit im Labor gemessen, als erster. Und er war Mitarbeiter und Kollege von Gauss in Göttingen. Auch da könnte man tolle Geschichten erzählen. Und dann haben wir hier Georg Cantor, den kennen einige von Ihnen vielleicht, weil er sich in der Schule, sozusagen, oder weil auf seine Ideen die Mengenlehre zurückgeht, mit denen wir alle in der Schule gequält wurden, was ich ganz furchtbar finde. Aber so ist es nun mal. Aber er hat auch andere Sachen gemacht, die ganz toll sind. Zum Beispiel hat sein Diagonalbeweis, den er eingeführt hat, dazu geführt, dass die Mathematik bis heute die einzige exakte Wissenschaft ist, die ihre Grenzen, ihre fundamentalen Grenzen, beweisen kann. Da können wir auch ganz tolle Geschichten erzählen. Der hat eben lange, sein Leben lang in Halle als Professor gewirkt. Dann haben wir hier Johannes Isaias Silberschlag, auch 18. Jahrhundert. Der war Mönch und Astronom. Und der hat unter anderem die Atmosphäre der Venus entdeckt, als er einen Venustransit beobachtet hat. Und auch darüber könnte ich einen 90-minütigen Vortrag halten, weil die Beobachtung des Venustransits, das war das erste große internationale Wissenschaftsprojekt, wo selbst Parteien, die im Krieg miteinander standen, für diesen Zweck ihre kriegerischen Gegnerschaften begraben haben und die Befehle ausgegeben haben, dass die Schiffe des jeweils anderen, die im Dienste dieser Beobachtung unterwegs waren, nicht zu attackieren seien. Im Gegenteil, die mussten sich sogar unterstützen. Das waren also mehrere große Wissenschaftsexpeditionen und der Silberschlag hat diesen Venustransit beobachtet in Magdeburg im Kloster Bergegarten und dabei die Atmosphäre der Venus entdeckt. Also das ist eine tolle Geschichte. Ja, wen haben wir noch? Ja, Herr Gruson zum Beispiel, bekannt durch die Grusonschen Gewächshäuser in Magdeburg, der war Professor für Mathematik, das habe ich auch nicht gewusst vorher. Und er hat unter anderem die Irrationalität der Zahl e bewiesen. Da könnte man auch wieder eine ganze Geschichte von den alten Griechen bis zu der modernen Zahlentheorie aufspannen, was so die Irrationalität von Zahlen angeht. Es gibt also nicht nur irrationale Politiker, es gibt auch irrationale Zahlen, aber die richten wenig Schaden an. Okay, also das ist uns ein paar Anregungen. Heute geht es um diesen Herrn, Heinz Billing. Und mit dem fangen wir an. Heinz Billing wurde geboren am 7. April 1914 in Salzwede in der Straße Großer Stegel Nummer 55. Das ist heute die Goethe-Straße Nummer 55. Das Foto dankenswerterweise von Martin Schulz. Und ich weiß nicht, ist da eine Plakette dran an dem Haus? Nein, noch nicht. Noch nicht? Ja, wird Zeit, dass da eine Plakette dran kommt, die an die Geburt von Herrn Heinz Billing erinnert. Und er ist auch gerade in Salzwede zur Schule gegangen, nämlich auf das Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium, das es heute noch gibt und das es auch schon im 13. Jahrhundert gab. Da hieß es nur nicht so. Und er hat ein Abitur gemacht in 1932, immer schon mit einem Fokus auf Mathematik und Physik. Es gibt die Legende, ich sage mal, dass es eine Legende ist, dass er in der dritten Klasse eine Matheaufgabe so toll bearbeitet hat, dass er gleich vier Klassen übersprungen hat. Das passt aber nicht mit der Tatsache, dass er mit 18 Abitur gemacht hat. Ja, oder er ist dann vielleicht erst mit zehn eingeschult worden, ich weiß es nicht, also das passt irgendwie zusammen und solche Legenden aus der Schulzeit, die gibt es vielfach und meistens stimmen sie nicht. Da gibt es auch von Gauss eine berühmte Legende, die stimmt auch nicht. Aber sie sind schöne Legenden, ich erzähle die auch immer. Okay, also er hat Abitur gemacht und er ist auch, obwohl er dann zum Studium nach Göttingen gegangen ist und München, Mathematik und Physik, ist er doch irgendwie eine Zeit lang der Stadt Salzwedel verbunden geblieben. Er hat zum Beispiel auch eine Frau aus Salzwedel geheiratet. Aber er ist dann sozusagen nach dem Studium eigentlich nie mehr so richtig zurückgekommen, bis dann irgendwann später mal als Ehrenbürger wurde. Also er hat in Göttingen und München Mathematik und Physik studiert und 1938 promoviert. Er ist nach Göttingen gegangen, weil Göttingen 1932 noch als das Weltzentrum der Mathematik galt und das stimmte auch. Also alle führenden Mathematiker der Welt waren entweder festangestellt in Göttingen oder sehr oft vor Ort. Die Nazis haben das schnell geändert. Also die haben die jüdischen Professoren gleich rausgeschmissen und einige andere sind aus Solidarität mitgegangen ins Ausland. Dadurch ist Göttingen ausgebucht und im Wesentlichen ist nur David Hilbert geblieben und hat sozusagen die Stellung gegen die Nazis behauptet, so gut er konnte. Aber das Weltzentrum war es dann, als Heinz Billing studiert hat, schon nicht mehr. Aber sie spüren den Geist in Göttingen immer noch. Ich habe da auch studiert und ich war ganz überrascht. Ich habe in den 80er Jahren da studiert in Göttingen und das ist der große Hörsaal der Mathematik. Das Foto ist aus dem Jahr 2014 und es hat zu meiner Zeit in den 80ern genauso ausgesehen und ich bin ganz sicher, das hat zu Billingszeiten auch schon so ausgesehen. Da ist nichts verändert. Und die Mathematiker sind auch die einzigen, die den Umzug der Uni in moderne Gebäude am Rande der Stadt nicht mitgemacht haben, was ich total gut finde. Die haben nämlich wunderschöne alte Gebäude und die sehen eben so aus. Also wenn Sie mal nach Göttingen gehen, dann gucken Sie sich die Mathematik rein und nicht den Rest der Uni. Der sieht aus wie jede andere Uni auch modern, langweilig. Okay. Dann ist Heinz Billing, also im Krieg hat er auch wissenschaftlich gearbeitet in Anführungszeichen. Er hat also versucht, Tonaufnahmen zu machen und dadurch heranfliegende Bomber zu detektieren, weil Radar haben die Deutschen noch nicht. Die haben das versucht, über Tonaufnahmen zu machen und da war er involviert und das war auch gut für seine spätere Laufbahn. Er hat also Erfahrungen mit Tonaufzeichnungen auf Magnetbändern gesammelt und war dann... Er musste nicht an die Front ziehen und hat dann in Göttingen bei der AFA, der Aviationsversuchsanstalt, gearbeitet, die dann nahtlos überging in die Kassel-Willem-Gesellschaft, später im Max-Planck-Gesellschaft und dann später im Max-Planck-Institut. Er war also sein Leben lang, kann man sagen, als Wissenschaftler bei derselben Institution. Er hat zwar den Namen gewechselt, aber er ist derselben Institution umgezogen. 1958 ist diese Institution von Göttingen nach München umgezogen. In München und Garchen und auch schon in Göttingen hat er vor allem Rechentechnik gemacht. Also wir hatten 1948 ein gemeinsames Kolloquium mit den Führerns den Englischen, der Kampferpioniere, Alatouren zum Beispiel war dabei und haben Ideen ausgetauscht und Billingen hatte vorher schon so programmierbare Rechenautomaten entwickelt und vor allen Dingen die Datenspeichelung auf dem Magnet-Kommelspeichel also mit magnetisierten Oberflächen. Sozusagen was wir heute noch. Wenn wir Festplatten haben, die gibt es schon mehr oder nicht mehr, aber wir machen jetzt eine Solid-State-Lade, also wirkliche Chips, aber die ganz großen Platten, die in den Server laufen, sind immer noch magnetisch. So groß sind die Solid-State-Diener noch nicht, aber auf diesem Laptop zum Beispiel ist eigentlich keine Festplatten mehr. Aber er hat sozusagen den Grundstein dafür belegt und hat auch in der eigentlichen Rechentechnik ganz gute Sachen gemacht. Sie sehen hier an seinem letzten Rechner, den er gebaut hat, G3, die wurden durch den Regen, G1, G2, G3, G steht für Göttingen. Und das Interessante an diesen Entwicklungen ist, er war sehr erfolgreich, aber er hat nie an Kompetenzierung gemacht, er wurde also nie Bill Gates. Er hat zum Teil daran gelegen, das wollte ich mich nicht vorstellen bekommen, dass es vielleicht Massenmahl gibt für solche Produkte zur Zeit zumindest. Die WM konnte sich das in den 70er Jahren ja auch nicht vorstellen, dass es mehr als 10 Computer braucht auf der Welt. Und er hat also die Rechner nur gebaut für seine wissenschaftlichen Kollegen. Die Astronomen haben eine Berechnung gemacht, eine Nebenbahn gerechnet und er hat diese Rechner für den Dienst der Wissenschaften. Er war also immer sozusagen Nummer der Wissenschaft interessiert, das macht ihn auch sehr sympathisch. Und um ihm mal eine Vorstellung zu geben, den ersten Rechner G1, der ging im 1952 in Betrieb, der konnte zwei Rechneroperationen pro Sekunde machen. In meinen besten Tagen konnte ich das auch im Kopf. Und hat 104 Byte speichert. 104 Byte. Also nicht Kilo, Megadiga, Byte. 104. G3 war dann schon eine andere Nummer. Ich habe leider keine Informationen darüber gefunden, wie viele Rechneroperationen der konnte, aber der Speicher war immerhin so schnell, dass er 100.000 Datenabfragen pro Sekunde bringen konnte. Das war schon ordentlich zur damaligen Zeit. Und der Speicher war schon, halte sich fest, 21 Kilo Byte. Ich weiß nicht, wie Gigawatt mein Handy hat heute. Ich glaube 64. Okay. Also er war sehr erfolgreich in der Entwicklung dieser Rechentechnik. und der G3 war von 1960 bis 1972 im Betrieb. Zwölf Jahre. Was für Rechner eine enorm lange Zeit ist. Ich werde Ihnen noch gleich noch einen Rechner zeigen, der das noch getoppt hat. Zwölf Jahre war der im Betrieb. 72 wurde dann abgeschaltet und waren alle noch mit Elektronenröhren betrieben. Die Fehler, also Ausfallraten waren hoch, Energieverbrauch war hoch, Wärmeentwicklung war hoch. Und 72 gab es natürlich schon die ersten Rechner, die auf Halbleiterbasis arbeiteten. und da war klar, dass diese Ära zu Ende war. Aber Heinz Billing hat dann ein neues Betätungsfeld gefunden, nämlich den Nachweis von Gravitation zu beenden. Das soll das Thema zu beenden alles sein. Und deswegen werden wir jetzt einen Moment Heinz Billing verlassen und stattdessen uns der Gravitation zu wenden. Gravitation, genau. Das ist eine der vier Grundkräfte, fundamentalen Grundkräfte der Physik. und die mit Abstand interessanteste, wie ich finde, aus vielerlei Gründen. Erstmal widersetzt sie sich allen Vereinheitlichungsversuchen. Sie ist anders als alle anderen drei. Die anderen drei sind vereinheitlich, die Theorie ist nicht wirklich ästhetisch, finde ich, aber sie funktioniert. Aber Gravitation passt da überhaupt nicht rein. Sie ist sehr schwach, einerseits. Andererseits ist sie die einzige Kraft, die überhaupt langreichweitig ist. Und deswegen ist sie die Kraft, die das Universum bestimmt. Also alles, was im Universum passiert, die großräumige Struktur, die kleinräumige Struktur, worum die meisten Planeten rund sind, aber nicht alle, worum es auf der Erde keine Berge größer als neun Kilometer geben darf, auf dem Mars aber schon, all das wird durch die Gravitation regelt. Und viele andere Sachen auch. Also die einzige Kraft, die Sie als Astrophysiker wirklich verstehen müssen, ist Gravitation. Die anderen Kräfte brauchen sie nicht. Andererseits ist Gravitation gar keine Kraft. Ich rede immer so, wie Newton. Gravitation ist etwas ganz anderes. Es ist eine geometrische Eigenschaft von Raum und Zeit. Und das macht sie ein bisschen knifflig zu verstehen. Und deswegen muss ich diesen langen Einschub machen über Gravitation. Wenn es jetzt um elektromagnetische Wellen gehen würde, ein, zwei Folien, wir wären durch. Würden Sie alle glauben, Sie hätten es verstanden. Gravitation ist ein bisschen kniffliger. Und deswegen muss ich da einen kleinen Einschub machen. Aber das macht sie auch interessant. Also wenn wir über Gravitation reden, dann kommen wir über zwei Menschen nicht hinweg. und der erste ist dieser Herr, Sir Isaac Newton, der Begründer der theoretischen Physik, der Begründer auch der modernen Mathematik, wenn man so will, eine der wichtigsten Gestalten in der Wissenschaftsgeschichte überhaupt. Und von seinen vielen Zitaten habe ich mal ein wunderbares rausgegriffen, aus seiner Prinzipia naturalis. Die absolute wahre und mathematische Zeit verfließt an sich und vermöge ihrer Natur gleichförmig und ohne Beziehung auf irgendeinen äußeren Gegenstand. Das würden wir alle heute unterschreiben. Das ist genau unser Zeit- und Raumgefühl. Der Raum existiert, ob wir da nun rumlaufen oder nicht. Und die Zeit vergeht, ob wir nun Spaß haben oder nicht oder ob wir da sind oder nicht. Ja, würden wir alle unterschreiben. Das ist unsere Anschauung. Und das war auch die Anschauung von Newton. Obwohl Newton auch schon wusste, der war ja sehr klug, dass es philosophisch erkenntnistheoretisch sehr problematisch ist so eine Haltung zu haben. Aber es war eine sehr gute Arbeitshypothese und die ist komplett falsch. Das wissen wir seit Einstein. Und das ist das, was Gravitationswellen macht. Also dieses Zitat, so schön es ist und so wahr es aussieht, ist es komplett falsch. Raum und Zeit werden bestimmt durch die Massen und durch die Energien, die in ihnen sind. Und ihr Zeit empfinden, ihr Zeitablauf, den Sie messen, objektiv messen, nicht den Sie empfinden, sondern den Sie objektiv messen, ist anders als mein Zeitverlauf. Weil wir andere Bewegungszustände haben, uns in anderen Massen bewegen. Und diese Unterschiede sind minimal, aber sie können sehr groß werden, gerade in Astrophysik. Aber egal, wir wollen uns mal mit Newton beschäftigen. Sozusagen eine der großen Leistungen von Newton, von denen es viele gibt, ist die Entdeckung des Gravitationsgesetzes. Und vor allem die Entdeckung, dass die Gesetze, die Naturgesetze, die auf der Erde gelten, die wir sozusagen experimentell nachprüfen können, auch im Weltall gelten. Überall. Das hat er natürlich nicht wirklich entdeckt, das hat er im Wesentlichen postuliert. Er konnte ja noch keine Raumfahrt betreiben. Heute wissen wir durch praktische Anwendung, durch praktische Erfahrung, dass sie zumindest in ein Sonnensystem gelten. Sonst würden unsere Sonden nicht so genau fliegen und die Instrumente nicht funktionieren. Aber im Prinzip extrapolieren wir die Physik auch auf viel weitere Distanzen noch. Aber was wollen wir machen? Das ist unsere Arbeitshypothese. Wenn wir die nicht hätten, dann könnten wir keine Kosmologie betreiben. Wir müssen das annehmen und bis jetzt funktioniert das sehr gut. Es ist alles konsistent. Und eine andere Variante, nach dem Motto, dass auf der Wege eine andere Physik gilt, ist irgendwie komisch. Das ist philosophisch irgendwie nicht sauber. Ja, macht man nicht so was. Aber theoretisch ist das natürlich möglich. Okay. Also wie ist Newton auf seinen Gravitationsgesetz gekommen? Nach der Legende, als sich mal ein Apfel auf den Kopf gefallen ist, den Baum können Sie sich heute immer noch angucken, angeblich der Originalbaum. Hm, auch eine Legende. Und das mit dem Apfel, glaube ich, ist auch eine Legende. Sie stammt nicht von ihm, sie ist ein paar Jahrzehnte nach ihm von einem Biografen erzählt worden. Und dann immer vorsichtig. Ja, wenn es kein originaler Brief von Newton gibt, mir ist der Apfel auf den Kopf gefallen und das war's. Ja, nee, dann, aber es ist eine schöne Legende. Okay. Also, was er sich vorgestellt hat, und das ist eine Originalzeichnung aus der Principia, stellen Sie sich vor, Sie sitzen auf dem Berg und feuern eine Kanone ab. Also auch theoretische Physiker machen immer so Gedankenexperimente mit der Technologie ihrer Zeit. Also Newton-Kanonen, ja, später Einstein-Fahrstühle oder Züge, das war die Hochtechnologie seiner Zeit, und heute sind es Raketen. Ja, die Hochtechnologie unserer Zeit. Naja, letztes Jahrhunderts Zeit. Aber es ist noch nichts Besseres passiert. Okay, also Sie stellen sich vor, Sie sind auf dem Berg und Sie feuern eine Kanonenkugel ab. Und die schlägt natürlich, die fällt hier runter und schlägt irgendwo am Fuß des Berges auf. Jetzt machen Sie die Mündungsgeschwindigkeit ein bisschen größer. Dann fliegt die Kugel ein bisschen weiter. Ja, immer weiter. Sie machen immer höher, immer höher die Geschwindigkeit. Und irgendwann fällt die Kugel um, um die Erde rum und bleibt auf dieser Kreisbad. Wenn man Luftwiderstand, nehmen wir mal weg. Die Theoretiker können das machen, die können die Ermosphäre mal gerade wegmachen. Dann fällt die Kugel um die Erde rum. Tja, und jetzt stellen Sie sich vor, der Mond, der ist auch mal irgendwann abgeschossen worden mit einer hohen Mündungsgeschwindigkeit. Dann fällt der auch um die Erde rum. Er fliegt nicht gerade aus, weil er von der Anstiegungskraft der Erde immer, komm, fall auf mich, fall auf mich. Und er fällt auch auf die Erde, aber er verfehlt sie immer. Also der Mond fällt die ganze Zeit auf unsere Köpfe, aber er verfehlt uns. Ja, weil er sozusagen eine Tangentialkomponente hat von Geschwindigkeit, denen auf die Kreisbahn zwingt. Und das war ein uns entscheidender Gedanke. Also der Mond bewegt sich auf seiner Kreisbahn, weil er von der Erde angezogen wird und permanent zur Erde fällt. Aber weil er so eine Ruhe, in Anführungszeichen, Mündungsgeschwindigkeit hat, fällt er um die Erde immer rum. Das war sozusagen sein Gedanke mit dem Apfel auf dem Kopf. Okay, wenn das aber so ist, dann muss man die Kraft irgendwie berechnen können. Und die Kraft, kann man sich leicht überlegen, wenn Sie bei mir in einer Astronomie-Vorlesung sitzen, dann kriegen Sie die Herleitung, die passt auf eine Postkarte, kriegen Sie die Herleitung für dieses Kraftgesetz. Das haben Sie vielleicht in der Schule gehabt und gehasst. Die Unische Gravitationsgesetz. Ich erkläre Ihnen das. Also Sie haben zum Beispiel Erde und den Mond und auch Newton ziehen die sich mit einer Kraft an, die sich aufeinander stürzen lassen möchte. Und diese Kraft hängt ab von der Masse der Erde, Groß M, von der Masse des Mondes, Klein M. Und das Wichtigste ist, sie hängt ab vom Abstand zum Quadrat hier unten im Nenner. Das heißt, wenn ich den Abstand verdoppele, dann reduziert sich die Kraft auf ein Viertel. Dann reduziert sich die Kraft auf ein Viertel. Diese quadratische Abhängigkeit von der Entfernung. Das ist sozusagen der Knackpunkt. Und dann haben wir noch so eine langweilige Konstant hier vorne, dass die sogenannte Gravitationskonstante, eine fundamentale Naturkonstante den Zahlenwerten, müssen Sie nicht wissen, der ist ziemlich klein. A10 hoch minus 13 in SI-Einheiten. Ich sage, Gravitation ist eine schwache Kraft, aber eine, die über lange Entfernung wirkt und deswegen das Universum bestimmt. Also das war das Kraftgesetz. Und dieses Kraftgesetz ist total klasse. Das wird heute noch benutzt. Also wenn Sie Erbenflut berechnen, wenn Sie Planetenbahnen berechnen und auch wenn Sie die fantastischen Missionen unter Raumsonden berechnen, überlegen Sie sich mal, so eine Mission zu Pluto, wie wir es gerade hatten, die ist 12, 13 Jahre unterwegs. Die holt sich Schwung auf ihrem Weg an anderen Planeten. Da muss alles total gut berechnet werden. Die hat wirklich nur ein ganz bisschen Treibstoff für kleine Bahnkorrekturen. Also die müssen sozusagen mit dem ersten Schuss alles genau vorausberechnen. Und diese Vorausberechnung klappt wunderbar nach diesem Gesetz. Es gibt also überhaupt keinen Grund, an diesem Gesetz irgendwie rumzumäkeln, dass es irgendwie nicht richtig ist oder es gab auch, gibt auch keine, oder damals, Anfang des 20. Jahrhunderts, gab es überhaupt keine experimentellen Beobachtungen, die daran zweifeln ließen, dass dieses Gesetz irgendwie nicht richtig sein kann. Und trotzdem wusste Einstein und vor allem auch schon ein paar andere, dass es nicht richtig sein kann. Gucken Sie sich das Gesetz mal an. Ja, die Kraft hängt ab nur vom Abstand. Da steht nichts drin, von Zeit oder so. Wir stellen sich aber mal an der Gedankenexperiment. Ja, wir sind ja heute Theoretiker alle, wir können ja Gedankenexperimente machen. Stellen Sie sich vor, Sie greifen an den Mond an und wackeln an dem. Sie schüttern den hin und her. Dann ändert sich natürlich der Abstand zur Erde und damit auch die Kraft auf die Erde. Das heißt, die Erde würde diese Änderung der Anziehungskraft des Mondes sofort merken. Sofort. Obwohl Mond und Erde 380.000 Kilometer auseinander sind. Und Sie wissen ja, vielleicht kann höher laufen als das Licht, auch Ursache-Wirkungsprinzipien nicht. Also sollte die Erde das eigentlich eine Sekunde später bemerken erst. Aber nach Newton bemerkt sie das sofort. So etwas nennt man eine Fernwirkung, ein Fernwirkungsgesetz. Also die Wechselwirkungskräfte sind instantan überall im ganzen Raum, auch an der Vega. Die Kraft ist natürlich sehr schwach, aber sie ist immer noch da. Auch die Vega in mehreren Lichtjahren Entfernung merkt das sofort. Und das ist irgendwie nicht großartig. Das ist erkenntnistheoretisch schon mal ein Problem, so instantane Raumausfüllung. Und Einstein hat 1905 in seiner speziellen Resultätstheorie gezeigt, dass sie die gängigen Regeln der Elektrodynamik nur erklären können, wenn sich nichts schneller als Licht ausbreitet. Insbesondere Ursache Wirkungsprinzipien nicht. Also die Lichtgeschwindigkeit, da hat mit Licht nichts zu tun, ist zufällig auch die Geschwindigkeit des Lichts, aber im Wesentlichen ist es die Maximalgeschwindigkeit für Ursache-Wirkungsbeziehungen. Und das macht auch viel mehr Sinn, Erkenntnistheoretisch, dass es für so Ausbreitungen von Ursache und Wirkung irgendein Geschwindigkeitslimit gibt. Das ist nicht sofort passiert. Das macht sehr viel mehr Sinn und seit Einsteins spezieller Relativitätstrieb von 1905 war das auch allgemein anerkannt. Und hier steht nichts davon drin. Keine Laufzeit, keine Lichtgeschwindigkeit. Also ein physikalisches Gesetz ohne Lichtgeschwindigkeit ist schon mal per se falsch. Ja, die muss ja irgendwo auftauchen. Und deswegen wusste Einstein, ups, deswegen wusste Einstein, dass das Gesetz nicht richtig sein kann. Es musste geändert werden. Und bevor man sowas macht, also bevor man Newton attackiert, ihnen widerlegt, in der Physik gibt es keine Widerlegung, in der Physik gibt es nur Erweiterungen des Anwendungsbereichs. Also muss ich klar machen, das Newtonische Gravitationsgesetz funktioniert prächtig. Aber warum ist das so, obwohl das eigentlich falsch ist? Und dann machen sie in der Physik etwas, was sie ständig machen dort, sie schätzen sozusagen Größenordnung ab. Und die Idee ist, wenn dieses Rütteln sehr viel langsamer passiert als die Lichtgeschwindigkeit, dann merken sie sozusagen von der Endlichkeit der Ausbreitung hier nichts. Weil das Signal selber so langsam ist, da ist sozusagen die Laufzeit, können sie sich vergessen. Und dann ist das sozusagen sofort hier. Und so funktioniert auch unsere Physik. Die Geschwindigkeiten, mit denen die Raumsonnen unterwegs sind, die Geschwindigkeiten, mit denen wir Raumfahrt betreiben oder mit denen wir uns selbst im Alltag bewegen, sind sehr viel geringer als die Lichtgeschwindigkeit. Und deswegen merken wir von diesen relativistischen Effekten, wie man sagt, gar nichts. Aber trotzdem ist das nicht richtig. Und wenn wir uns erst mal einen Kopf machen, was ist denn der Anwendungsbereich von der Newton'schen Physik? Wann ist die falsch? Und da hilft auch eine einfache Überlegung, die Sie vielleicht in der Schule mal gemacht haben, oder zumindest die Rechnung in der Schule mal gesehen haben. Wir machen die auch, aber keine Angst, ganz sanft. Also wir brauchen eine typische Geschwindigkeit, die mit der Gravitation und einem Planeten verbunden ist. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten und die einfachste Möglichkeit ist die Saison der Fluchtgeschwindigkeit. Wir machen wieder das Experiment mit unserer Kanonenkugel, wir schließen das immer weiter ab, und dann gibt es irgendwann die Kreisbahn, die erste kosmische Geschwindigkeit, bei der das passiert, und dann erhöhen Sie die Geschwindigkeit noch mehr und dann wird auch der Kreisbahn eine Ellipse, und wenn Sie die Geschwindigkeit noch erhöhen, dann wird die Ellipse immer länger, und dann gibt es irgendwann einen Wert der Geschwindigkeit, der ist so groß, da schließt die Ellipse nicht mehr und Ihre Kanonenkugel entkommt ins Unendliche, bis zum Rand des Universums und darüber hinaus. Diese Geschwindigkeit hat immer eine Fluchtgeschwindigkeit, aus naheliegenden Gründen. Und diese Fluchtgeschwindigkeit kann man einfach berechnen mit Schulphysik, Energieerhaltungssatz. Ich will Ihnen das jetzt nicht vorrechnen, das Ergebnis sehen Sie hier, also die Geschwindigkeit, Fluchtgeschwindigkeit geteilt durch die Lichtgeschwindigkeit, da taucht sie auf, das Verhältnis ins Quadrat genommen ist durch diesen Ausdruck gegeben, hier ist die Gravitationskonstante, hier ist die Masse des Planeten, hier ist der Radius des Planeten, und wenn dieses Verhältnis sehr viel kleiner ist als 1, dann ist die Newton'sche Gravitationsmusik genau richtig, und macht fast keine Fehler. Schauen wir uns diese Werte an, zum Beispiel für die Erde, wenn Sie die Masse der Erde einnitzen, den Radius der Erde, die Gravitationskonstante, Lichtgeschwindigkeit, da kommt ein Wert raus, das ist ungefähr ein Milliardstel. Das ist nicht messbar, also jedenfalls nicht mit normalen Methoden. Mittlerweile können wir Sachen messen auf der Erde, seit den 60er Jahren ungefähr, die das sozusagen hergeben, aber das sind sehr, sehr, sehr diffizile Messungen, auch heute noch, also im praktischen, im ingenieurtechnischen Bereich merken wir da nichts von, bis auf die Korrekturen im GPS. Da werde ich jetzt nicht drauf eingehen, können Sie mich am Ende fragen, kann ich Ihnen auch ein paar Geschichten dazu erzählen, was da alles falsch in der Zeitung steht, dazu dem Thema. Auf jeden Fall merken wir das bei den GPS-Korrekturen. Dann bei der Sonne, die Sonne ist ein bisschen mehr Masse als die Erde, da ist der Effekt schon ein Millionstel, das ist schon nicht ganz wenig, und da passieren solche Sachen wie die Periheerträgerung des Merkur, der Merkur ist der innerste Planet, und der weicht ein bisschen ab von der Bahn, die er nach Newton eigentlich machen musste. Und da haben die, das ist den Astronomen schon lange bekannt, und da haben die einfach gesagt, naja, das liegt daran, dass es noch weiter innen noch einen Planeten gibt, der die Bahnbewegung des Merkur stört. Diesen Planeten können wir aber nicht sehen, weil der so nah bei der Sonne ist ständig. Der Merkur ist auch schon schwer zu sehen, deswegen. Und den Planeten haben sie schon mal feuchtes halber Vulkan getauft, weil die, die Raumschule Enterprise kennen ja, Vulkan. Und dann gibt es auch einen Effekt, die Lichtablenkung am Rande der Sonne, da werden wir gleich ein bisschen mehr zu sehen. Das wurde nachgewiesen 1919. Und mit dem Nachweis wurde Einstein dann berühmt. Vorher war er nur ein paar Fachleuten bekannt, aber Einstein hat vorher gesagt, dass Gravitation das Licht ablenkt. Und das wurde 1919 nachgewiesen und da war er auf einen Schlag berühmt und seitdem jetzt die Ikone der Wissenschaft eigentlich. Dann werden wir ein bisschen zu exotischeren Objekten gehen, zum Beispiel Neutronensternen. Das hauen wir ein paar Mal auf, Neutronensterne sind das, was am Ende eines Sternenlebens übrig bleibt, wenn der Stern eine gewisse Masse hatte. Dann bleibt am Ende, wenn er keinen Brennstoff mehr hat, ein sehr kompaktes Objekt zurück. Ungefähr von 1 oder 2 Sonnenmassen, aber reduziert auf einen Raum für einen Radius von 10 bis 20 Kilometern. Also sehr dicht gepackte Prinzip, so dicht wie ein Atomkern. Nur eben 20 Kilometer groß. Das ist sehr exotisch. Sehr starke Gravitation. Da ist dieser Effekt schon 0,4. Und da haben Sie schon massive Wirkungen, die Sie ohne Relativitätstheorie nicht mehr erklären können. Und ganz krass, wie das in einem schwarzen Loch, beim sogenannten, da ist das Verhältnis genau 1. Und da passieren dann solche Sachen. Zeit bleibt stehen, wenn Sie in ein Ereignishorizont passieren. Sie kommen nie mehr zurück. Das werden wir heute Abend nicht besprechen können. Das ist eine andere Vorlesung. Aber Sie sehen, diese Effekte tauchen im Wesentlichen bei den exotischen Situationen in der Astrophysik auf, aber auch schon bei der Sonne. Und wenn Sie genau hinkucken, auch schon auf der Erde. Also für viele Sachen ist eben die Newton'sche Physik immer noch sehr gut. Auch heute noch. Trotzdem kann sie nicht stimmen. 1783 hat ein Herr Michel Michel aus Frankreich das schon ausgerechnet und hat schon ausgerechnet, wenn es einen Stern gibt, deren Radius genau so aussieht, dass das Verhältnis 1 ist, dann kann selbst Licht seine Oberfläche nicht verlassen. Das muss also ein dunkler Stern sein. Ein dunkler Stern ist nicht dasselbe wie ein schwarzes Loch. Von einem dunklen Stern kommen Sie im Prinzip noch weg. Auch wenn Sie nicht so schnell fliegen können wir das Licht, weil Sie einen ständigen Antrieb haben. Diese Granonenkugel ist ja ballistisch. Einmal abgefeuert, hat ja kein Antrieb mehr. Eine Rakete hat ständig Antrieb. Oder könnte ständig Antrieb haben, wenn die Ingenieure mal ein bisschen besser arbeiten würden. Und da könnten Sie schon noch weg. Von einem schwarzen Loch kommen Sie nicht weg. Auch mit der besten Rakete der Welt nicht. Das hat also eine andere Funktion in der Kausalstruktur von Raum und Zeit, von der Michel nur träumen könnte. Aber die Rechnung hier mit dem Energiehaltungssatz, die kommt schon aus dem 18. Jahrhundert. Ja, immerhin. Okay. Dieser sogenannte Schwarzschildradius R, bei dem das eintritt, die kann man für die Sonne ausrechnen und auch für die Erde. Also wenn Sie die Erde nehmen in einem Gedankenexperiment und auf 9 Millimeter Radius komprimieren würden, dann wäre die Erde ein schwarzes Loch. Scaring, ne? Und die Sonne, die müsste sie nur auf 3 Kilometer zusammendrücken. Dann wäre die Sonne ein schwarzes Loch. Wenn das passieren würde, dann wäre es dunkel und wir würden nicht mehr lange leben. Wir hätten keine Ernten mehr, keine Photosynthese. Aber so rein bahntechnisch, so umlaufbahnmäßig, würde sich gar nichts ändern. Weil das Gravitationsfeld außerhalb der Sonne immer noch dasselbe wäre. Das wäre nicht stärker oder so. Das wäre genau das Gleiche, wie es jetzt auch ist. Wir könnten nur näher an die Sonne ran, bevor wir verbrennen. und es ist zu nah, nämlich auf 3 Kilometer und dann würden wir hinter dem Ereignishorizont verschwinden und kämen nie mehr zurück. Aber das würde uns nicht fressen. Wir würden weiter schön unsere Bahnen ziehen, zwar in Dunkelheit und auch nicht mehr lange lebend, aber mit der Aussicht, dass die Erdbahn noch lange, Milliarden Jahre noch, funktionieren würde. Okay. Ja. Herr Newton war das uns bewusst mit dem Fernwägungsgesetz. Und er hat auch darüber philosophiert. Und er war damit gar nicht zufrieden. Aber er hat gesagt, mir fällt nichts Besseres ein und Hypothesen erfinde ich nicht. Also er hat sozusagen einen pragmatischen Ansatz gemacht, was ihn von einigen Freizeitphilosofen doch unterscheidet und ihn eigentlich sympathisch macht. Aber ihm ist auch eine Besonderheit aufgefallen und das ist sozusagen auch der Kern der Gravitation, warum die Gravitation speziell ist. Auch eine Tatsache, die Sie in der Schule vielleicht gelernt haben und wo der Lehrer nicht drüber nachgedacht hat und sie schon gar nicht. Und die aber eigentlich ganz fantastisch ist. Und das liegt daran, dass es zwei Sorten von Massen gibt. Es gibt die eine Masse, die Trägemasse, die sozusagen verhindert Beschleunigung. Also wenn Sie zum Beispiel so einen Zug, wenn Sie den anschieben müssten, dann ist das schwer. Nicht, weil der Zug sozusagen so viel wiegt, weil er sozusagen von der Erde so stark angezogen wird, sondern weil er sozusagen einer Bewegungsänderung Widerstand entgegen setzt. Das nennt man Trägemasse. Wenn der im freien Weltraum wäre, wo es keine Gravitation gäbe, da könnten Sie ihn auch nicht anschieben, weil der jetzt sozusagen durch seine schiere Masse, seine Trägemasse, sich jedem Beschleunigungsversuch widersetzt. Und das kennen Sie aus der Schule, das ist ein Newton-Geslegungsgesetz, die Kraft, die eine Beschleunigung hervorruft, da haben Sie diesen Opportunitätsfaktor drin, das ist die Trägemasse. Wenn die also sehr hoch ist, da brauchen Sie für die gleiche Beschleunigung eine viel größere Kraft. Das ist übrigens ein Zug, den ich im Warnungsstandard fotografiert habe, als ich da gerade mal auf meinen Anschluss gewartet habe, einen Güterzug. Ja, das ist die Trägemasse. Und dann gibt es die Masse, die die Gravitationskraft macht. Hier steht die drin. Das ist die Trägemasse, das ist die schwere Masse. Und rein Erkenntnistheoretisch, philosophisch, müssen Sie mit einem da gar nichts zu tun haben. Das könnten zwei völlig unterschiedliche Dinge sein, so wie elektrische Ladung und Masse zwei völlig unterschiedliche Sachen sind. Sie können einen schweren Körper mit viel Ladung haben, Sie können einen leichten Körper mit viel Ladung haben, Sie können einen Körper ohne Ladung haben. Das sind völlig getrennte Konzepte. Aber hier ist es so, dass schwere Masse und träge Masse identisch sind. Das hat Newton als bemerkenswerten Zufall sozusagen beschrieben. Er hat Experimente gemacht, um das nachzuweisen und konnte das auf drei Nachkommastellen nachweisen mit seinen damaligen Mitteln. Heute wissen wir das auf zwölf oder mehr Nachkommastellen, dass das so ist. Das ist keineswegs selbstverständlich. Und Einstein hat gesagt, das ist kein Zufall. Das ist sozusagen die Grundeigenschaft der Gravitation. Und die macht die Gravitation zu einer ganz besonderen Kraft. durch die Massen beschleunigen, ich setze das gleich, dann kann ich die Masse M rauskürzen. Durch M teilen ist die weg. Und damit wird die Beschleunigung, die Bahnkurve, die ein Teilchen macht, ein Planet, ein Mond macht, völlig unabhängig vom Mond, vom Objekt. Keine Materialeigenschaft, keine Objekteigenschaft geht ein. Keine Ladung zum Beispiel. Damit wird die Trajektorie, die Bahnkurve, die ein Körper beschreibt, eine alleinige Eigenschaft des Raumers, oder genauer genommen von Raum und Zeit, denn seit Einstein 1905 wissen wir, dass Raum und Zeit nicht unabhängig sind, die sind verheiratet und heißen deswegen Raumzeit. Auch dabei will ich nicht richtig sprechen heute Abend, so viel Zeit habe ich nicht. Wie haben Sie das vielleicht gemerkt? Alle Körper fallen gleich schnell. Also der schwere Körper fällt genauso schnell wie der leichte Körper. Das widerspricht der Alltagserfahrung, weil leichte Körper in der Regel einen hohen Luftwiderstand haben. Aber wenn Sie, was die Theoretiker können, die Luft wegnehmen, dann sehen Sie, oder würden sofort merken, alle gab Waffeln gleich schnell und die Experimentatoren können die Luft auch wegnehmen. Das ist sehr teuer und sehr aufwendig, aber Sie machen das und Sie machen das in einem ganz großen Raum, der steht in Amerika. Ich muss gucken. Das ist die Space Power Facility der NASA in Ohio. Das ist die größte Vakuumkammer der Welt und die ist gebaut, um Satelliten und Raumschiffe unter Weltraumbedingungen zu testen. Das ist groß genug, um eine Raumfehler reinzustellen und da werden auch solche Experimente gemacht für das Fernsehen oder für solche Vorträge, wo Sie hier eine Bowlingkugel und ein paar Vogelfedern einspannen an der Decke und die werden dann fallen gelassen im Vakuum. Ich habe Ihnen ein kleines Video mitgebracht mit Ton und da können Sie sehen mit eigenen Augen, dass die werden gleich schnell fallen. und da können Sie Okay, Sie sehen, die fallen wirklich gleich schnell und diese Erfahrung haben einige Mutige von Ihnen, die vom 10-Meter-Turm springen, auch schon gemacht in der Zeit des freien Falls. Spüren Sie die Gravitation überhaupt nicht. Das macht den Kitzel aus. Für dieses Gefühl nimmt man dann gerne den harten Aufprall in Kauf, der dann folgt und wenn Sie ein bisschen mehr Glück haben, dann haben Sie mal an so einem Parabelflug teilgenommen, da werden in so speziell ausgerüsteten Flugzeugen so balistische Parabeln geflogen und da sind Sie auch die ganze Zeit im freien Fall und dann merken Sie, es gibt keine Gravitation, Sie sind schwerelos. Und wenn Sie im Fernsehen diese Aufnahmen sehen von Astronauten und Kosmonauten an Bord der ISS, die schwerelos sind, dann liegt das nicht daran, dass Sie zu weit weg sind von der Erde, die Gravitation nicht mehr wirkt. Nein, da oben ist die Gravitation nur, ich weiß nicht, ein Prozent schwächer als hier unten. Nein, das liegt daran, dass Sie wie der Mond permanent um die Erde rumfallen und alle anderen Körper mit Ihnen fallen. Wenn also schwere Masse nicht gleich träge Masse wäre, dann würden diese Körper nicht sozusagen schwerelos sein, dann würde der Ball hier zurückbleiben oder nach vorne laufen. Aber weil alle Körper gleich schnell fallen, gibt es sozusagen keine Kräfte mehr. Der freie Fall, dann ist die Gravitation weg. Also Gravitation ist nur eine Illusion. Die Kraft gibt es gar nicht. Sie müssen nur ins richtige Bezugssystem gehen, in ein freifallendes, wie die Astronauten oder die 10-Meter-Turmspringer, dann ist das weg. Das macht die Gravitation zu einer besonderen Sache und als Einstein diesen Gedanken hatte 1907, da hat er von dieser Zeit schon dieses Zitat, ich saß auf meinem Stuhl im Patentamt in Bern, als Patentamt hatte er viel Zeit, auch im Büro, plötzlich hatte ich einen Einfall, wenn sich eine Person im freien Fall befindet, wird es ihr eigenes Gewicht nicht spüren, ich war verblüfft. Dieses Einfallgedankenexperiment machte auf mich einen tiefen Eindruck, es führte mich zu einer Theorie der Gravitation, 1907 war das und dieses Prinzip nennt man Äquivalenzprinzip, Äquivalenz von schwerer und reiger Masse und das Prinzip ist hier Schluss. Mehr brauchen Sie nicht, um die gesamte allgemeine Realität der Rest ist nur noch Mathematik. Aber für Einstein war das ein hartes Brot, weil die Mathematik, die man dazu brauchte, nennt sich Differenzialgeometrie, die gab es schon, aber nicht in der Ausbildung eines Physikers. Und Einstein war nie ein guter Mathematiker, das kommt noch dazu. Und er hat also sehr damit gewungen, die mathematische Theorie zu entwickeln, hat dafür acht Jahre gebraucht, mit der Hilfe von potenten mathematischen Freunden, unter anderem David Helbert aus Göttingen, aber er hat es am Ende geschafft. Aber sozusagen die physikalische Idee ist damit fertig. Der Rest ist nur noch Mathematik, sage ich meinen Studenten immer. Vielleicht untertrieben natürlich. Aber wir können damit arbeiten schon. Es hat ein Stück, du musst also die glücklichsten Gedanken seines Lebens bezeichnet, diese Idee. Zurecht. Und wir können damit schon Physik betreiben, ohne dass wir irgendwas ausrechnen müssen. Wir machen jetzt die Lichtablenkung. Wir zeigen jetzt, dass Licht abgelenkt wird im Gravitationsfeld. Obwohl Licht keine Masse hat. Photonen haben Masse Null, die dürfen nach Newton gar keine Gravitation spüren. Aber nach Einstein, Äquivalenz von Sieg, muss das Licht abgelenkt werden. Und das sieht man so. Stellen Sie sich vor, wir machen jetzt die Technologie der Jetztzeit, Raketen. Bei Einstein waren es Fahrstühle. Sie sind auf der Erde in einer Rakete. Steht auf dem Boden. Ja, Alice und Bob. Und Alice wirft eine Bowlingkugel und eine Vogelfeder auf Bob. Hoffentlich trifft ihn die Vogelfeder und nicht die Bowlingkugel. Und die Rakete ist natürlich Vakuum und die fallen gleich schnell. Das ist das Bild nach Newton. Einstein sagt, das ist von Beschleunigung überhaupt nicht zu unterscheiden. Gravitation. Gravitation ist gleich Beschleunigung. Das ist Equivalenzprinzip. Das heißt, wir hätten das gleiche Bild, wenn es gar keine Erdanziehung gäbe, wenn wir mitten im freien Weltall wären und die Rakete einfach mit der richtigen Beschleunigung nach oben beschleunigen würde. Erdbeschleunigung, 9,81 Meter pro Sekunde, Sie erinnern sich, Schulzeit. Dann würde das Bild genauso aussehen für die beiden hier, nur sozusagen von außen lacht das jetzt anders aus. Da würden sozusagen die Bowlingkugel und die Feder einfach stehen bleiben, wenn ich die loslasse. Die würden einfach die Beschleunigung nicht mitmachen von der Rakete. Und Bob würde den beiden entgegenbeschleunigt werden und Alice würde von den beiden wegbeschleunigt werden. Aber das Bild wäre das gleiche. Und Einstein sagt, es ist nicht dabei fallende Gegenstände so, dass es bei allen physikalischen Gesetzen so ist. Sie können mit keinem Gesetz der Physik, mit keinem physikalischen Messung diese Situation von dieser unterscheiden. Also vorstetz, Sie können nicht rausgucken aus der Rakete, ja? Also gucken, ob Sie auf dem Planeten stehen oder nicht. Also wenn Sie nur in der Rakete sind, dann können Sie diese beiden Sachen nicht unterscheiden. Das ist der zentrale Gedanke. Damit können wir sozusagen sämtliche Kraftbegriffe der Gravitation auf kinematische Begriffe, auf beschleunigliche Bewegungen zurückführen. Das ist ein großer Schritt. Und den machen wir jetzt für Licht. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind in der Rakete, die beschleunigt nach oben und dann fällt von links durch den Fenster ein Lichtstrahl ein. Der braucht eine gewisse Zeit, um von links nach rechts zu kommen. In dieser Zeit ist die Rakete aber schneller geworden. Das heißt sozusagen, der Lichtstrahl wird nicht hier oben rausgehen, sondern hier unten rausgehen. Er geht hier unten raus und das heißt, aus Sicht des beschleunigten Raketen-Astronauten hier macht das Licht so eine gekrümmte Bahn. Und das ist nach Einsteig noch dasselbe, als wenn die Rakete gar nicht beschleunigt ist, sondern auf dem Erdboden steht. Das heißt, die Gravitation der Erde muss das Licht krümmen. Einfach weil das ein kinematischer Effekt ist und mit einer Masse gar nichts zu tun hat. Und meine Studenten in der Prüfung, die frage ich immer gerne als erstes, hier liegt ein Buch auf dem Tisch, liegt da völlig ruhig, in welche Richtung beschleunigt das? Und wenn dann nicht sofort die Antwort kommt nach oben, dann mache ich die Prüfung gar nicht mehr weiter. Das ist sozusagen fundamental, das müssen Sie alle wissen. Okay, das war so ein Schein zur Hersage und er hat auch vorgeschlagen, wie man das nachprüfen kann. Sie müssen sich nur Sterne angucken, die am Rande der Sonne stehen. Das können Sie natürlich nicht am Tage machen. Einstein war so naiv, der hat die Astronomen tatsächlich gefragt, können Sie Sterne in der Nähe der Sonne beobachten am Tage? Man kann ein paar Sterne beobachten am Tage, mit guten Teleskopen, aber nicht in der Nähe der Sonne. Aber bei einer Sonnenfinsternis geht das natürlich. Und deswegen hat man das bei einer Sonnenfinsternis gemacht. Und die Idee ist folgender, Sie haben die Sonne, dahinter einen Stern und das Licht vom Stern wird abgelenkt, sie gelangt zur Erde und wir verlängern das natürlich gewohnheitstechnisch gradlinig zurück und damit verrückt der Stern sozusagen von der Sonne weg. Und das sehen Sie hier, wenn Sie hier so Sterne haben, hier stünde dann die Sonne, wenn sie da wirklich steht, ja, dann sind die Sterne scheinbar von der Sonne abgestoßen, bewegen Sie nach außen. Und das haben die Leute 1919 nachgemessen bei einer Sonnenfinsternis und tatsächlich, Sie haben es gefunden und der maßgebliche Astronom war Herr Arthur Stanley Eddington, was auch sozusagen politisch-wissenschaftsgeschichtlich eine Besonderheit war, weil ich meine, Einstein war ein deutscher, ein deutscher Jude, der diese doch bizarre Theorie, auf die auch viel Ablehnung gestoßen und sich entworfen hat und die wurde nachgewiesen von einem führenden englischen Astronomen und ich meine, England und Deutschland standen bis kurz vorher noch im Krieg. Und das hat bei der Wissenschaft überhaupt keine Rolle gespielt. Die haben also freudig, viel Aufwand getrieben, um den Herrn Einstein zu verifizieren oder vielleicht auch zu falsifizieren, aber auf jeden Fall haben sie ihn verifiziert. Und dadurch ist Einstein eben ganz berühmt geworden, er wurde zu einem VIP, zu einem A-Prominenten und das ist der Zeit des Lebens geblieben. War ihm nicht so recht, aber er konnte sich nicht dagegen wehren. Und hier unten steht irgendwas von, dass nur wenige Leute die Theorie verstehen und er hat seinen Publisher gewarnt, es gibt nur 40 Leute, die das lesen werden und der Publisher hat trotzdem seine Arbeiten veröffentlicht. Jetzt müssen wir uns ein bisschen unterhalten, wie man das eigentlich für Wirkungen hat. Wir wissen ja immer noch nicht, was da schwingt, was das Signal macht, wenn ich am Boden wackele und wann kommt es bei der Erde an? Eine Sekunde später muss es in der Zeit irgendwo geblieben sein. In dieser Sekunde. Und was da geblieben ist, das ist natürlich die Gravitationswelle. Das habe ich vergessen zu sagen. Also was sozusagen die Information, ich wackele hier, dann läuft das zur Erde, dieses Wackeln und dann rüttelt es an der Erde. Das ist die Gravitationswelle und wie sozusagen macht die sich bemerkbar. Und dazu, da muss ich Sie auch ein bisschen an die Schulphysik erinnern, wenn Sie gar keine Kräfte haben, dann wissen Sie, ein Körper bewegt sich gerade nicht im gleichfrömmlichen Raum und Zeit. Also im Raum-Zeit-Diagramm ist das so eine Gerade, wenn es keine Kräfte gibt. Und wenn es dann Kräfte gibt, zum Beispiel wenn ein Körper fällt auf der Erde, dann ist das eben so eine gebogene Linie, die berühmte Wurfparabel, die Sie in der Schule vielleicht gelernt haben. Und Einsteins Idee war, dass auch das ist eine Gerade, eine Gerade ist die Verbindung kürzest, ist die Linie kürzester Verbindung zwischen zwei Punkten. Das gilt aber nur in der sogenannten euklidischen Geometrie, die wir in der Schule gelernt haben. Und Einstein war, auch das ist sozusagen eine Gerade, in Anführungszeichen, nur in einer anderen Geometrie. Und das klingt ein bisschen verrückt, wie in der Geometrie, wo die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten irgendwie krumm ist. Das ist ja komisch, aber das kennen Sie alle, zumindest die, die schon mal geflogen sind. Denn heute sehen Sie ja im Flugzeug diese schönen Monitore, wo Ihre Flugroute abgebildet ist. Und da sehen Sie dann zum Beispiel, achso ja, kräftefreie Bewegung, schwere Feld, jetzt kommt in der Raumzeit, da sehen Sie dann zum Beispiel sowas. Also wenn Sie von Zürich nach Chicago fliegen, dann sehen Sie nicht das, was man so denken würde, ist die kürzeste Verbindung. Ja, das sehe ich nicht. Und die kürzeste Verbindung ist sowas. Das ist in der Tat die kürzeste Verbindung zu krumm. Wie kommt das? Ja, weil die Erde eine Kugel ist. Und auf der Kugel gilt eine andere Geometrie als die euklidische. Also, euklidische Geometrie, Schulzeit, Winkelsumme im Dreieck 180 Grad. Haben Sie alle gelernt. Wenn Sie jetzt Dreiecke auf der Kugel zeichnen, das sind sozusagen die Linien, diese hier, die sogenannten Großkreise, wenn Sie dann ein Dreieck machen, da ist die Winkelsumme größer als 180 Grad. Es gibt auch Geometrien, wie die Kleine als 180, die sind negativ gekrümmt. Gibt alles. Und wenn Sie dann sowas mal schon machen, ja, der Umfang eines Kreises ist 2 Pi mal Radius. Auch euklidische Geometrie. Haben Sie auch in der Schule gelernt. Und wenn Sie es auf der Kugel machen, dann ist der Radius sozusagen größer als der Umfang, der dazugehört. Und andersrum, der Umfang ist kleiner als 2 Pi R. Also, in den sogenannten nicht-euklidischen Geometrie, hier in der Geometrie auf der Kugeloberfläche gelten andere geometrische Gesetze. Und das Interessante daran ist, stellen Sie sich vor, Sie sind ein zweidimensionales Wesen, Sie haben keine Ahnung von dritter Dimension. Das ist für Sie genauso schwer vorstellbar wie für uns die vierte Raumdimension. Können wir uns nicht vorstellen. Gibt es wahrscheinlich ja gar nicht. Und für diese Wesen gibt es die auch nicht. Und trotzdem können Sie feststellen, ob Sie in einer euklidischen Geometrie leben oder in einer sphärischen Geometrie. Sie können sogar den Radius Ihrer Kugel ausrechnen, auf der Sie leben. Obwohl Sie gar nicht wissen, wie eine Kugel aussieht, weil Sie nicht drauf gucken können. Und das machen Sie einfach, indem Sie Abstände messen. Sie messen Kreise, und für den Kreis, den Sie messen, messen Sie den Radius, die Länge und Sie messen den Umfang. Längenmessungen können Sie immer machen. So ein kleines Lineal anlegen, das Sie immer verrückt können, da können Sie immer Längenmessungen machen. Und dann stellen Sie fest, das Gesetz gilt. Und wenn Sie das genau ausrechnen, da taucht der Radius der Kugel auf, auf der Sie sind. Das machen wir hier nicht. Also, was ich damit sagen will, Sie können die Geometrie durch Abstandsmessungen bestimmen und Sie können das intrinsisch machen. Sie müssen sie nicht erheben, in die vierte Dimension und auf die Raumkrümmung in drei Dimensionen zu gucken. So wenig, wie sich die Wesen, die auf der Kugel leben, irgendwie erheben müssten in die dritte Dimension, um auf die Kugel zu blicken. Das macht die Sache einfacher, aber das geht auch ohne. Also, das sind intrinsische Eigenschaften der Geometrie, die man durch Abstandsmessungen bestimmen kann. Und das ist sozusagen der zentrale Gedanken, der dann auch zu der Ausbreitung und Nachweis von Gravitationswellen führt. Ich habe hier nochmal ein Bild mitgebracht, wenn Sie zwei Körper haben, die sich gravitativ nicht anziehen würden, die würden sozusagen in Raum und Zeit gar nicht gleichförmig miteinander laufen und sich nie irgendwie nähern. Und wenn wir jetzt Gravitation einschalten, dann ziehen die sich an und laufen zusammen. Und das ist genau das, was auf der Kugeloberfläche passiert. Wenn Sie hier eine Masse A starten auf einer Geraden, auf der Kugeloberfläche, und hier eine Masse B auf der Geraden, dann ziehen die sich an und sie treffen sich. Und das wird nur durch die Krümmung sozusagen vorgegeben. Und nicht durch irgendwelche Anziehungskräfte. Das ist sozusagen völlig äquivalent. Und das Gleiche gilt für die Lichtablenkung. Eine Masse wie die Erde oder auch die Sonne, die krümmt die Raumzeit, um sich herum, durch ihre Masse. Und dann wird eben auch das Licht, was sozusagen der Geometrie folgen muss, ob es Masse hat oder nicht, abgelenkt. Das ist die Idee von Einstein. Und das wird dann so dargestellt, wenn Sie jetzt an dem Himmelskörper wackeln, am Mond oder an der Sonne oder an den Planeten, dann sorgt diese Verzerrung der Raumzeit dafür, dass die, sozusagen, die lokale Raumzeit um sich herum deformiert. Diese Deformation pflanzt sich fort mit Lichtgeschwindigkeit und braucht dann ungefähr 1,2 Sekunden, um vom Mond zur Erde zu gelangen und dann fängt die Erde auch an zu wackeln. Also das ist sozusagen die Gravitationswelle. Die Gravitationswelle ist eine lokale Veränderung der Geometrie, der Raumzeit. Und die können wir durch Abstandsmessungen im Prinzip messen. Und das ist das, was Herr Billing versucht hat und später die Leute nach ihm auch und zuletzt auch mit Erfolg. Okay. Aber zunächst mal wollen wir uns unterhalten, wie Gravitationswellen eigentlich erzeugt werden, denn da ist kein theoretischer Physiker, der mir gerade den Mond anfasst und an den rüttelt. Das können wir leider nicht. Aber es gibt Phänomene, die Gravitationswellen erzeugen im Kosmos. Und zwar zum Beispiel, wenn sich zwei Massen umeinander drehen. Im Universum dreht sich alles. Der Mond dreht sich um die Erde und die Erde um die Sonne. Und zum Beispiel die Bewegung der Erde um die Sonne erzeugt ungefähr 200 Watt Gravitationswellen. Das hört sich schon mal nicht wenig an. Also wenn das ein Radiesingal von 200 Watt wäre, dann könnte man das messen. Aber Gravitationswellen, hatte ich schon gesagt, Gravitationswellen sind sehr schwach. Die Kopfschlung an die Messgeräte ist sehr schwach. Das heißt, das können wir nicht messen, das können wir nur ausrechnen. Und dadurch verliert die Erde auch Energie. Das heißt, sie kommt immer ein bisschen näher an die Sonne ran, aber sehr langsam. Das wird also nicht unser Problem sein. Und beim Jupiter sind es 1000 Watt. Das ist schon ein bisschen mehr, aber auch das können wir nicht messen. Aber wenn Sie Objekte haben, die aneinander sehr nahe kommen können, weil sie sehr kompakt sind, zum Beispiel Neutronensterne, dann kommen Sie schon in andere Bereiche. Dann kommen Sie schon hier zum Beispiel bei so schwarzen Löchern, die sich sehr nahe kommen, da kommen Sie sozusagen schon auf interessante Bereiche. Und Sie können, wenn Sie bei mir in der Vorlesung sitzen, dann können Sie irgendwann ausrechnen, dass so eine typische Leistung von Gravitationswellen 10, 52 Watt mal dieser Faktor, also dieser Faktor ist im Wesentlichen in der Schwarzschildradius, von dem man deckt bei der Sonne, drei Kilometer, dividiert durch den echten Durchmesser, wie nah man rankommen kann, hoch fünf. Und dieses hoch fünf macht viel aus. Und vor allem der Vorfaktor 10, 52 Watt, der ist heftig. Um Ihnen mal einen Vergleich zu geben, haben einen Schwarzschildradius von vier Kilometer und können auf zehn Kilometer ran. Da ist dieses Verhältnis also 0,6 irgendwie. also das ist schon ziemlich gut und da kommen Sie dann so auf 10, 40 Watt. Also zwei Neutronensterne oder zwei schwarze Löcher, die miteinander sozusagen sich schnell umkreisen und am Ende verschmelzen, die erzeugen eine Strahlungsleistung gravitationswellenmäßig für einen Moment, der der Leistung, der Lichtleistung des gesamten sichtbaren Universums entspricht. Das ist ungefähr das Heftigste, was man in der Astrophysik beobachten kann, seit kurzem beobachten kann. Und Gottlob passiert das alles weit draußen. Wenn das an der Nähe der Erde passieren würde, wären wir alle sterilisiert, sofort. Also nicht von der Gravitationswelle, aber von den Begleiterscheinungen, die dazu gehören. Ja, da können wir sagen, dass das immer weit draußen passiert. Meistens. Okay. Diese Erkenntnis hat auch dazu geführt, zum ersten Nachweis von Gravitationswellen, zum indirekten Nachweis. Und darüber möchte ich kurz was erzählen. Dazu braucht man einen besonderen Stern, einen Neutronenstern, der ein starkes Magnetfeld hat. Und dieses starke Magnetfeld weicht in der Symmetrieachse von der Rotationsachse ab und dann gibt es so starke Radiosignale, die entlang der magnetischen Polachse ausgestrahlt werden und weil die eben mit der Rotationsachse nicht zusammenfallen, ist das wie ein Leuchtturm, der so einen Strahl aussendet. Und wenn die Erde sozusagen im Einzugsbereich des Strahles liegt, was gelegentlich passiert, dann messen wir dieses Radiosignal. Deswegen heißen die Sterne auch Pulsare. Die wurden entdeckt, muss ich gucken, 1967 von einer jungen Frau, Jocelyn Bell, die war Doktorandin. Und für diese Entdeckung gab es vier Jahre später den Nobelpreis für Physik, ne, sieben Jahre später, 1974, für Physik, aber nicht für sie, sondern für ihren Doktorvater. Und das ist eine große Schweinerei, hat der Doktorvater auch gesagt. Und das ist eine von vielen Beispielen, wo eine vorale Entdeckung in der Astrophysik von Frauen gemacht wurde, weil Frauen wurden in der Astrophysik lange Zeit eingesetzt so als Datensklaven, Rechensklaven, so niedere Arbeiten, die kein Mann machen wollte. Und dabei haben die viele Sachen entdeckt, nicht nur das. Und die Meriten haben immer die Männer abgeschöpft, ja, und das ist 1967, 1974, also, die ist vor kurzem, ist sie gestorben, weiß ich gar nicht, oder sie war auf jeden Fall vor kurzem wieder in den Medien. Aber das ist ein klassischer Fall und geht gar nicht so was. An jeden Fall braucht man so einen Pulsar, weil so ein Pulsar, das kommt, der dreht sich schnell, ein paar 12, 10, 20 Umdrehungen pro Sekunde und das ist ein Objekt von 20 Kilometer Durchmesser oder Radius, dreht sich sehr schnell und sehr zuverlässig. Das ist ein hoher Drehimpuls, der nimmt nicht ab oder nur minimal, das ist eine sehr genaue Uhr. Und es gibt Pulsare, die drehen sich so exakt, die sind besser als unsere besten Celsium-Atomuhren und eigentlich ein besseres Zeitnormale als unsere technischen Normale. Also sehr zuverlässige Zeitgeber und die braucht man, denn wenn Sie so einen Zeitgeber haben, so einen Pulsar, und dieser Pulsar hat einen Partner und die drehen sich umeinander, so ein Doppelstern-System, dann können Sie sozusagen die Umlaufzeiten sehr genau messen, weil Sie hier diesen Zeitgeber haben. Der läuft aus Sie zu, dann haben Sie einen Doppeleffekt, die Verschiebung läuft davon weg, haben Sie einen Doppeleffekt in die andere Richtung, können Sie sehr genau messen. Es gibt in der Astrophysik nichts, was Sie so genau messen können wie Zeiten. Zeiten sind das A und O. Entfernungen ist schwierig, bei den ganz weiten Entfernungen. Bei Zeiten können Sie immer, egal wie weit Sie wechseln, können Sie immer sehr genau messen, Zeiten und Frequenzen. Und wenn Sie so einen Taktgeber haben in so einem Binärsystem, dann können Sie das Binärsystem, also dieses Doppelstern-System, sehr genau analysieren. Die Umlaufzeiten können Sie sehr genau analysieren und das haben Leute gemacht, die haben so ein Pulsar-System gefunden, PSR 1913 heißt das, wo der eine Partner so ein Pulsar ist und die sich eng umkreisen, das ist ein Neutronenstern, das ist auch ein Neutronenstern, die umkreisen sich also sehr eng, die erzeugen also Gravitationswellen von nicht unerheblichem Ausmaß und dabei verlieren sie Energie. Das heißt, sie nähern sich an. Also die Umlaufzeiten nehmen ab und sie nähern sich an. Und das kann man ausrechnen, wie die Umlaufzeiten abnehmen müssen nach der Theorie der Gravitationswellen. Das kann man dann vergleichen mit den Beobachtungen. Und das haben die Forscher gemacht mit dem großen Radioteleskop Arecibo, was Sie auch aus Thebespond vielleicht kennen, mit dem wir auch nach außerirdischem Leben suchen und anderen Sachen. Damit haben sie es gemacht, das war viele Jahre, und dann haben sie diese Kurve gefunden. Also das sind die Beobachtungen, das ist die Abnahme der Umlaufzeiten in Sekunden, also die Umlaufzeiten sind ungefähr siebeneinhalb Stunden, wenn ich mich recht erinnere, laufen die umeinander, also schon sehr schnell. Wir brauchen ein Jahr um die Sonne und die nur sieben Stunden umeinander. Und diese Umlaufzeiten nehmen wir auch für Jahre um ein paar Sekunden ab und das können wir so genau messen, weil der eine Partner eben ein Pulsar ist. Und dann sehen Sie, das sind die Beobachtungsdaten und die gestrichen liegen jetzt die Vorhersage der Realitätstheorie durch die Gravitationswellen. Das passt wunderbar und für diese Entdeckung und auch vor allen Dingen für ihre Geduld, jahrelang dasselbe Doppelsternsystem zu untersuchen, haben die Herren Halse und Taylor in 1993 den Nobelpreis für die Sicht bekommen. Das war der indirekte Nachweis der Gravitationswellen. Damit könnte man das Kapitel eigentlich zumachen. Das war der letzte experimentell, oder nachher der vorletzte experimentell ausstehende Beweis, Nachweis der Realitätstheorie und niemand hat eigentlich daran gezweifelt. Das hat vorher niemand bezweifelt, dass das so sein muss. Die haben es indirekt nachgewiesen, Buch zu. Aber man hat weitergemacht aus gutem Grund und darüber reden wir. Ich glaube, ich überziehe ihr gnadenlos. Sie sagen, sie heben die Hand, wenn sie müde werden, dann hören wir auf. Oder sie schnarchen, wenn sie müde werden, dann hören wir auf. Okay, jetzt müssen wir uns über die Messung von Gravitationswellen unterhalten. Einstein hat die eigentlich schon 1916 vorhergesagt. 1918 hat er sein Paper veröffentlicht, wo er dann die Formel die ich ihm kurz angegeben habe mit dem Hoch-5-Faktor im Wesentlichen hergeleitet hat. Und er hat selber am Ende gezweifelt, nicht, dass es die gibt, aber er hat bezweifelt, dass man die nachweisen kann, weil die sehr, sehr, sehr schwach sind. Auch wenn die sozusagen 10, 48 Watt haben, sie sind weit weg und wenn die bei uns ankommen, sind die so schwach, dass sie wirklich ermeint, das kann man nicht nachweisen. Wir werden auch gleich sehen, warum. Aber die Leute haben sich eben keine Ruhe gelassen und haben es doch versucht. Und der Erste, der es versucht hat, war der Herr Weber in den 60er Jahren. Der hat auch mehrere gute Paper dazu geschrieben und war so ganz berühmt mit seinen Versuchen, was der gemacht hat. Der hat so einen Aluminiumzylinder aufgebaut, ein Meter lang, ein bis zwei Meter lang, ein Meter Durchmesser und hat auf den so Piezo-Elektronen geklebt. Und diese Piezo-Kristalle, die ändern sozusagen Druck in Spannung, elektrische Spannung. Und die Idee war, wenn durch so ein Zylinder eine Gravitationswelle läuft, dann wird der sozusagen gestaucht oder gestreckt. Das führt zu Druck und den Messer. Das ist auch nicht ganz falsch, dieser Gedanke. Das Problem ist nur, dass diese Zylinder erstmal auf einer ganz engen Frequenz arbeiten, nämlich auf ihrer Resonanzfrequenz. Jeder Körper hat eine Resonanzfrequenz und die hat so einen Zylinder auch, liegt hier ungefähr bei 100 Hertz. Also einen sehr engen Ausschnitt von Gravitationswellen. Man weiß ja gar nicht, auf welche Frequenz die kommen. Sehr enger Ausschnitt und die Empfindlichkeit war 10 hoch minus 15. Das ist schon ordentlich. Ja, also 15 Stellen hinter dem Komma konnte man dazu sagen nachweisen, relative Längenänderung. Aber die typischen astronomischen, astrophysikalischen Quellen, die auf der Erde da ankommen, die haben so eine relative Längenänderung von 10 hoch minus 21, sechs Größen und um drunter. Keine Chance, den Namen nachzuweisen. Ich weiß nicht, ob sich die Rechnung anguckt hat oder ob er gehofft hat, dass sozusagen gleich um die Ecke in tausend Lichtjahren Entfernung mal zwei schwarze Löcher irgendwie was machen, dann könnte man das gleich nachweisen. Er war optimistisch und hat behauptet, er hätte die nachgewiesen. Und jetzt kommt Heinz Billing ins Spiel. Heinz Billing war immer, hatte ich schon gesagt, niemand, der selbst den Trampen nicht gedrängt hat. Er hat sich nicht für die Kompetenzierung des Rechners interessiert, die er gebaut hat und er hat sich auch nicht sozusagen dafür interessiert, selber neue Grenzen zu überschreiten. Er hat etwas anderes gemacht, was in der Physik oder überhaupt in der Wissenschaft ein sehr, sehr, sehr hoher Verdienst ist, der leider nicht honoriert wird. Er hat ein Experiment, was andere gemacht haben, nachgemacht. Die Physik lebt davon, dass jemand, der ein Experiment macht, dass er kontrolliert wird von anderen, die das Experiment nachmachen. Das Nachmachen ist nie dankbar. Wenn Sie es bestätigen, dann wird der andere berühmt. Wenn Sie es widerlegen, haben Sie Streit und werden auch nicht berühmt. Das ist undankbar. Und trotzdem muss es gemacht werden. So funktioniert die Wissenschaft. Und Heinz Billing hat es gemacht. Er hat also genau diesen Apparat von Herrn Weber nachgebaut in den 70ern. Echt eine Kopie. Und hat einen zweiten gebaut in Frascati, Italien, weil Sie müssen immer an zwei verschiedenen Stellen haben, damit Sie sozusagen keine irdischen Störquelle messen. Sie müssen in beiden mit entsprechenden Laufzeitverzögerungen sozusagen gemessen werden. Und er hat das gemacht in den 70ern. Und er hat sehr sorgfältig gemessen, sehr lang, sehr aufwendig und hat nichts gemessen. Er hat also nachgewiesen, dass Herr Weber, ich will nicht sagen, betrogen hat. Herr Weber war auch ein guter Physiker, der hat auch andere gute Sachen gemacht, sondern sich einfach geirrt hat. Er hat irgendwelche Störsignale falsch interpretiert. Wir werden auch gleich sehen, das ist heute immer noch ein Problem. Und er war einfach sozusagen zu optimistisch. Und damit war klar, mit diesen sogenannten Resonanzdetektoren kann man keine Gravitationswellen nachweisen. Und dann hat Herr Billing einen Tipp bekommen von einem Physiker namens Rainer Weiß, der später für die Gravitationswellen den Nobelpreis bekommen hat. Er solle doch nicht mit diesen Resonanzdetektoren messen, sondern mit Interferometern. Und das hat Herr Billing dann auch gemacht. Ein Interferometer funktioniert so, da brauchen Sie eine Lichtquelle, kohärentes Licht, also Laserlicht zum Beispiel. Heute haben wir nur Laser dafür. Da sendet ein Laser einen Strahl aus, der trifft auf so einen halbbeschlechtigen Spiegel, dann wird der Strahl geteilt, die eine Hälfte geht in diese Richtung, die andere geht geradeaus durch. An beiden Enden befindet sich ein Spiegel, der trifft das Licht zurück, auch der trifft das Licht zurück, wieder auf den halbbeschlechtigen Spiegel, dann landet es hier in einem Detektor. Dann haben Sie also hier zwei Wellen, die da ankommen, Welle 1, Welle 2, und wenn die sozusagen in Phase sind, wenn sich Tal und Tal und Berg und Berg addieren, dann ist das Gesamtsignal ein starkes Signal und Sie haben Licht im Detektor. Wenn aber die Phase ein bisschen verschoben ist um eine halbe Wellenlänge, dann erdiert sich Tal zu Berg und Berg zu Tal und das Licht löscht sich aus, dann nimmt man destruktive Interferenz. Das heißt, dann kommt im Detektor hier nichts an, kein Licht. Sie können also schon mal alleine mit dieser primitiven Anordnung mindestens Wellenlängen messen, die von der größten Ordnung einer halben Lichtwellenlänge sind oder sogar ein bisschen da drunter. Und das sind immerhin Phänomene sieben. Direkt schon mal messen, ohne dass Sie irgendwas machen müssen. Das machen wir heute im Anfängerpraktikum. In der Ferometrie mit der Längenoplösung einer halben Lichtwellenlänge. Da ist jedes Mikroskop da schon stolz drauf. Aber das ist in der Physik sozusagen erst der Anfang. Aber auf jeden Fall können Sie dieses Interferometer auch beliebig lange machen. Sie können den Spiegel hier in 4 Kilometer Entfernung aufstellen. Das wird auch gemacht. Sie sehen hier, das ist das L, was hier unten steht. Und wenn das L 4 Kilometer hat, dann kann das Delta L auch viel größer sein, was Sie messen bei der vorgegebenen Genauigkeit, die Sie erreichen müssen. Also je länger die Arme sind von dem Interferometer, desto genauer und besser und empfindlicher wird Ihr Instrument. Das können Sie mit diesem Minimzylinder nicht machen. Wird irgendwann zu teuer und nicht im Handhaber. Aber mit Interferometern nur eine Geldfrage. Können Sie beliebig lange machen. Okay. Ja, und so sehen die auch alle aus. Die Interferometer auf der Welt sehen alle gleich aus. Hier habe ich das Geo 600, das ist das Interferometer in der Nähe von Hannover. Das hat 600 Meter Armlänge, auch noch zu kurz. Deswegen haben die in Hannover auch noch keine Radiationswelle gesehen, so richtig. Aber es wurde sehr viel Technologie entwickelt für die großen Interferometer. Das wurde alles in Hannover entwickelt und getestet. Und angefangen hat alles mit Herrn Billing. Herr Billing hat nämlich einen 30 Meter Interferometer gebaut in Garching und konnte auch keine Radiationswelle nachweisen. Er hat eigentlich niemals nachgewiesen, aber er hat sozusagen die Grundlagen gelegt, er hat viele Technologie entwickelt und er hat eine Zeit lang mit Abstand das empfindlichste Gravitationswellen-Messgerät auf der Welt betrieben und konnte keine Wellen nachweisen. Das hat viele Gründe, auch die Armlänge gespielt. Eine Rolle, 30 Meter war einfach zu kurz und bei modernen Interferometer macht man sowieso mehr. Da machen sie noch so einen zweiten halbdurchschnittlichen Spiegel rein und dann läuft das Licht hier einige hundert Mal hin und her. Dann kriegen sie effektive Armlänge von 100 Kilometern und mehr. Das alles ist eine frage Technologie, die Zeichnungen sind alle viel zu einfach. Ich will auf die Details nicht eingehen, ich kenne sie auch nicht. Ich habe Ihnen aber einen kleinen Film mitgebracht, mit Ton, wo Hiranga Yogeshwar das erklärt. Er kann das viel besser als ich und den schauen wir uns jetzt an. Das Messprinzip von Leiter. Ein Läger Schale wird aufgezeichnet in zwei Bälle zwischen an. Die durchlaufen eine vier Kilometer lange Messstelle, je länger die bis oder den Neuer den hat. Die Schale wird zurückgeworfen und überlagert sich. Kommt es nun durch eine Gravitationswelle, sondern nach hinsigen Längenänderung verändert sich auch das Überlagerungsmuster und dieses wird im Foto-Dentektor im Foto-Dentektor. Okay. Machst du schon? Ja. Gut. Also nach diesem Prinzip sind alle modernen Radiationswelle aufgebaut. Sie haben hier LIGO, das Laser Interferometry Gravitational Observatory. Und das betreibt zur Zeit zwei Standorte in Hanford und Livingston und das muss so sein, sie brauchen immer mindestens zwei für diese Koinzidenzmessungen. Wenn ein Signal nicht in beiden gemessen wird mit dem entsprechenden Laufzeitunterschied, dann gibt es das Signal nicht. Und aus dem Laufzeitunterschied können sie dann auch ungefähr die Richtung bestimmen. Denn wenn die Welle frontal von oben kommt, sind sie in beiden gleich. Und wenn sie von links oben kommt, dann ist sie in Hanford sehr viel früher als in Livingston. Sie können also mit diesen Zweien schon eine gewisse Ortsbestimmung machen. und es wird ein drittes LIGO geben in Indien und dann können sie die Triangulierung und sogar den Punkt mehr oder weniger eingrenzen, wo die Welle herkommt. Dann gibt es in Japan, Tagra ist im Aufbau und Virgo ist das europäische, unterirdische, was gebaut wird und auch sozusagen im Bau ist. Giga 600 gibt es schon länger, aber wie gesagt, ist zu kurz. Aber man arbeitet daran, mit Technik das auch empfindlich genug zu machen, um da auch direkt nachzuweisen. Die arbeiten sowieso alle zusammen, in der Wissenschaft arbeiten alle zusammen, auch wenn die Staaten im Krieg sind, oder fast im Krieg sind, wie man jetzt gerade wieder aus Russland und den USA wird, die ja gerade sich bekannt haben zur gemeinsamen Weltraumforschung. Ja, Wissenschaftler, wenn die Welt in der Welt in der Wissenschaft bestehen würde, ich glaube, dann gäbe es keine Kriege. Aber gut. Also, das sind die großen Observatorien und dann hat man tatsächlich am 14. September 2015 dieses Signal gemessen, das war ein Zufallspund, beide Detektoren waren im Testbetrieb, die waren gar nicht im Beobachtungsbetrieb und dann hat sie das Signal gefunden und dann mussten die alle Stillschweigen bewahren, aber man hat das erst überprüft und genau berechnet, man wollte nicht den Fehler machen, zu früh rauszugehen in die Presse und in der war es ein falsches Signal. Das war auch ganz richtig und haben das dann Anfang 2016 bekannt gegeben auf einer großen Pressekonferenz. Ich wusste das auch schon vorher, man hat ja so seine Kontakte in die Welt, in die akademische Welt und ich war auch ganz aufgeregt, ich habe mir die Pressekonferenz natürlich live angeguckt, ich wusste und dass das zwei schwarze Löcher waren. Also hier sieht man ein Gravitationssignal von zwei schwarzen Löchern, die miteinander immer enger umkreisen und am Ende zusammenstürzen, auffäulen, deswegen ist dieses Chirp, dieses Signal, was immer sozusagen in der Frequenz immer höher wird und immer größer wird, die Amplitude und dann sozusagen verschwindet wieder. Und das sind zwei schwarze Löcher von 20, 30, 40 Sonnenmassen jeweils in ungefähr einer Milliarde Lichtjahre Entfernung. Also sehr weit weg, deswegen ein schwaches Signal, aber eben konsistent in Hanford und am liebsten gemessen und das war der Beweis, der erste direkte Nachweis von Gravitationswellen und dafür gab es zu Recht den Nobelpreis, an den ein Weiß, der damals dem Herrn Binning den Tipp gegeben hat, das zu machen, der damit die Grundlagen gelegt hat, an Kip Erthorn, das ist ein Theoretiker der Gravitationswellentheorie und Herrn Berich, der Marsky im Aufbau von LIGO zuständig war. Zu der ganzen LIGO-Gruppe gehören mehr als 100 Wissenschaftler, unter anderem auch aus Deutschland und einen Nobelpreis gibt es nur für drei, das ist ein bisschen ungerecht, aber muss man auswählen, das ist immer noch gerechter als dem Doktorvater den Nobelpreis zu geben, nur weil die Entdeckerin eine Frau war. Also das ist leider eine Ungerechtigkeit, die kriegt man nicht weg, aber die stehen auch alle drei eigentlich herausragend und lange Jahre dann bestrebt, diese Gravitationswellen nachzuweisen. Dafür gab es eben einen Nobelpreis. Und ich will jetzt auch zwei Schwierigkeiten hinweisen, die damit verbunden sind. Zum einen, das hört sich alles so einfach an. Aber dieses Signal ist sozusagen vergraben in einem großen Störrauschen. Also der Herr Dansmann, der Chef ist von dem GEO 600, der hat an meinem Vortrag erzählt, wenn die das GEO 600 betreiben, dann sehen die die Brandung der Nordsee. Jede Welle, die am Nordseestrand ansteckt, Sie wissen ja, diese unglaublich hohen Wellen an der Nordsee, diese drei Zentimeter hohen Wellen. Die messen Sie in Hannover am GEO 600. Und Sie messen jede Straße, wenn man vorbeifährt, jeden Laster, der vorbeifährt. Das messen Sie alles, ja. Und das ist jede Menge Neues, jede Schau Neues. Und das sieht dann ungefähr so aus und hier ist das Gravitationswellensignal drin. Das müssen Sie finden, das müssen Sie rausrechnen. Dafür braucht man Computer, die hat der Billing auch nicht so richtig gehabt damals. Und vor allen Dingen, und das ist eigentlich die Herausforderung, Sie müssen wissen, wonach Sie suchen. Sie müssen wissen, wie eine Gravitationswelle aussieht. Und dazu müssen Sie die einsteinischen Gleichungen lösen. Das ist kein Kinderspiel. Die können Sie nicht mit gleichem Papier lösen. Also bis auf die ganz einfachen Fälle. Dafür brauchen Sie Computer und nicht irgendwelche Computer, dafür brauchen Sie so ungefähr alle Computer, die Sie kriegen können. Supercomputer. Und nicht nur einen, sondern viele. Und damit kommen wir zu einem zweiten Verbindungspunkt, den wir in Sachsen-Anal zu den Gravitationswellen haben. Da bin ich selbst mit dabei, da bin ich ganz stolz drauf. Habe ich damals nicht ahnen können. Aber wir haben im Jahr 2000 einen Rechner gebaut, weil wir haben kein Geld. Die Regierung hat uns nicht immer Geld gegeben. Die damals. Die damals, ja genau, immer die anderen, immer die anderen, genau. Wir hatten wenig Geld, wir brauchen aber auch Rechenkraft, ja, für unsere Sachen. Und da haben wir uns beschlossen, haben Sie beschlossen, okay, wir machen das jetzt selber. Wir bauen uns einen eigenen Supercomputer aus ganz normalen PCs. PCs sind billig, ja, Massenware. Wir kaufen ganz viele davon, stellen die alle in Beschränke und vernetzen die. Bisschen Software drauf, schon haben wir einen Supercomputer. Das war damals, 1999, 2000, eine sehr innovative Idee. Wir waren nicht die Ersten, wir haben uns aus Amerika abgeguckt, aber wir waren der Zweite, der das in Deutschland gemacht hat. Und wir waren der Erste, der da mit medialer Aufmerksamkeit erzeugt hat. Wie man hier sieht, also Wall Street Journal, Bild, Zeitung, Spiegel, Handball, Fernsehen, Radio, die waren alle da und haben bestaunt, dass man mit wenig Geld, 470.000 D-Mark war das damals, einen Computer gebaut haben, der es fast in die Top 500 geschafft hat. Ein halbes Jahr vorher wären wir damit in den Top 500 der schnellsten Rechner der Welt gekommen. Wir waren leider ein halbes Jahr zu spät, da war es schon nicht mehr so einfach, das ging so rapide. Dann kriegte ich, als diese ganzen Artikel erschienen, kriegte ich einen Anruf aus Potsdam vom Albert Einstein-Institut. Ah, wir wollen da auch einen Supercomputer kaufen, wir haben irgendwie so zwei Millionen und wir haben ihren Artikel gelesen und wir fragen uns, ob wir nicht auch so einen kriegen können. Da kriegen wir viel mehr Rechenleistung für unsere zwei Millionen, als ob wir jetzt zu Judith Beckert oder IBM gehen und so einen fertigen Supercomputer kaufen. Und da haben die gefragt, können wir mal unseren Code, unsere Software bei euch Proberechnen. Und die haben genau die Kollision von schwarzen Löchern berechnet. Da habe ich mir keinen Kopf gemacht. Da dachte ich mir, ja klar, ist schwierig, macht mal. Und dann haben die bei uns gerechnet, so ein, zwei Wochen und waren total begeistert. Und dann haben sich dann genau so einen Rechner auch hingestellt. Natürlich viel größer, für zwei Millionen, viermal zu groß. Und seitdem rechnet die ganze Welt in der Relitätstheorie auf solchen Rechnern. Viel größer. Und heute ist es Standard. Heute machen alle Physikinstitute, alle Supercomputer der Welt, auch die ersten fünf der Top 500 sind alle. nach dem Prinzip aufgebaut. Mittlerweile. Das hat nicht nur an uns gelegen, das ist so ein Trend. Aber wir haben sozusagen in Deutschland dafür gesorgt, dass dieser Trend schnell bekannt wurde. Und wir haben also auf unserem Superrechner hier schon im Jahr 2000, nicht wir, sondern die Potsdamer, die Kollision von schwarzen Löchern berechnet. Das erzähle ich immer, wenn ich Führung gemacht habe für den Rechner, für den Schülern. Hier wurde die Kollision von schwarzen Löchern berechnet. Obwohl ich keine Ahnung habe, was die da gemacht haben genau. Ich habe die nur gelassen. Aber interessant ist, dass dieser Rechner 15 Jahre lang in Betrieb wäre. Den habe ich also erst im Jahr 2015 mehr oder weniger gezwungenermaßen aus der Betrieb genommen, weil das Rechenzentrum sich über den Stromverbrauch und die Wärmeentwicklung beklagt hat. Weil so ein Rechner natürlich vielleicht zu heute sehr ineffizient ist, was Strom und Wärme angeht. Und da musste ich ihn abschalten. Aber nutzbar war er immer noch. Oder er war immer noch gut. Ja, natürlich vielleicht zu anderen Rechnern immer schlechter, aber in seiner absoluten Leistung immer noch gut. Und der Rechner, den ich danach gebaut habe, der sieht genauso aus. Nur viel kleiner. Und viel billiger. Und viel schneller. Okay. So, jetzt muss ich noch was sagen. Sie unterbrechen mich, wenn ich hier total überziehe. Tut mir leid. Jetzt muss ich noch was sagen, warum das Ganze überhaupt spannend ist. Wir hatten ja gesehen, der indirekte Nachweis von Gravitationswellen war gelungen. An Einstein zweifelt niemand mehr. Bevor das nächste Thema kommt, eine sechste Frage. Kann man diese selber Interferenz durch die vierte Dinge machen, dass es im normalen Zustand vielleicht nicht auswirft und im Fall, dass eine Gravitationswellen durch die Verte hochkommt, oder macht man das nur, indem man mit dem Rechnerprogramm diese indirekte Nachbarn immer zu kritisieren kann? Ich glaube, jetzt mich ausrichten muss. Man muss die Spiegel vorher nicht genau justieren, dass die konstruktiv interferieren, wenn nichts ist. Aber man nimmt den Zustand, den man kriegt, und guckt auf Veränderungen. Das ist alles, was man braucht. Also nur die Veränderungen, das wird also rein Rechnung ausgesetzt? Ja, also das würde ich mal so sagen. Ich bin jetzt kein Experimentator, kein Ingenieur. Vielleicht gibt es einen Grund dafür, die so ausrichten, aber ich sehe als Theoretiker überhaupt keinen Grund, weil es zählen nur die Veränderungen. Und wenn man genauer guckt, diese Erklärungen sind alle viel zu einfach. Wir messen hier Längenänderungen, die kleiner sind als Protons. Und viel, viel kleiner sind als Lichtwellenlängen. Das ist für mich ein großes Mysterium, wie die das machen. Die Quantenphysiker sagen immer, wir messen ja keinen atomaren Abständen, wir messen ja Lichtebenen. Und ich sage mir, was ist eine Lichtebene? Aber da passieren Dinge, die auch meinen Kettenstand übersteigen. Deswegen kann ich die Frage seriös nicht beantworten, aber theoretisch würde ich sagen, es zählt irgendeine Veränderungen. Deswegen ist es egal, wenn man die ausrichtet vorher. Ich würde auch viel Aufwand machen, die so auszurichten. Ja, also kann gut sein. Also das ist noch nicht so vorbei, denn nicht so bekannt, was das ist. Okay. Ja, jetzt muss ich die Frage beantworten, warum man das überhaupt macht, diesen Aufwand. Es ist doch nicht die teuerste Physik, also die großen Teilchenbescheinungen sind viel, viel teurer, aber es ist auch nicht ganz billig und nicht ganz einfach. Und trotzdem macht man das. Warum? Und das ist die interessante Frage und das ist auch die Frage, die ein Willing bewegt hat, ganz sicher, die die meisten Leute bewegt, die sich auf dem Gebiet tummeln. Und das ist die Frage des Fensters zum Universum. Also Sie alle wissen ja, Astronomie ist eine beobachtende Wissenschaft. Dann denkt man an sowas, ja, so ein schönes Teleskop, hier der 4.10-Zoll-Clark-Refektor im Laul-Observatorium in Flagstaff, Arizona, wo wir das die Pluto entdeckt haben. Ja, so stellt man sich das vor, also Astronomie im sichtbaren Licht. Das ist auch das, was Astronomie bis nach dem zweiten, bis vor dem zweiten wirklich eigentlich war. Da haben sich überhaupt die Leute keine Vorstellung machen können, dass die Sterne und der Kosmos uns auch andere Signale schickt, die nicht im sichtbaren Licht liegen. Heute wissen wir alle, dass es auch Radioastronomie gibt. Sie kennen diese Radioschüsseln, das ist das Large Array in New Mexico. Wir haben ein großes Radioskop in Effelsberg und in vielen Science-Fiction-Filmen, ja, Contact zum Beispiel, wir kommen diese vor. Radioskop, da haben wir uns dann gewöhnt, das war eine Zufallsentdeckung. Das hat keiner sozusagen gewusst, dass die Sterne und der Kosmos zu uns im Radiobereich sprechen. Und über die Zufallsentdeckung kann ich Ihnen auch eine nette Geschichte erzählen, das mache ich aber nur auf Nachfrage nach dem Vortrag, sonst überziehe ich noch länger. Das wussten wir schon. Und heute wissen wir auch, es gibt noch ganz andere Wellenlängenbereiche, dazu muss man nur sozusagen ins Weltall fliegen, um die zu messen, weil die kommen durch unsere Atmosphäre nicht durch. Es gibt zum Beispiel Röntgensignale, es gibt Mikrowellen, ja, auch Virus, Mikrowellenherd, es gibt Infrarot, Submillimeter-Signale und auf all diese Signalen spricht der Kosmos zu uns und wir können auf all diesen Wellenlängen eine Menge lernen über den Aufbau des Kosmos. Und viele Dinge wüssten wir nicht, wenn wir nur um sichtbare Licht gucken würden. Und das Licht eben auch, ups, an unserer Atmosphäre, nichts hassen die Astronomen so sehr wie die Atmosphäre, die brauchen wir zwar zum Atmen, aber sonst stört die nur. Und die hat nur zwei Bereiche, wo sie durchlässig ist, nämlich einmal im sichtbaren Licht, deswegen heißt es sichtbares Licht, ja, weil wir nur darin sozusagen operieren können, daraus sind unsere Augen eingestellt, das ist ein schmaler Frequenzbereich im V100 Nanometer und einen größeren Bereich im Radiobereich, der durchlässig ist, deswegen konnten wir schon sozusagen früh mit Radioastronomie anfangen. Aber es gibt eben auch diese ganzen anderen Wellenlängenbereich, vom Gamma-Strahlen, Röntgenstrahlen, Ultraviolett bis hin zu langwelligen Radiosignalen, wo die Atmosphäre nichts durchlässt, wo wir Satelliten schicken müssen. Aber diese anderen Bereiche sind eben sehr, sehr aufschlussreich, zum Beispiel hier, wenn Sie den Himmel anschauen, nur im Wasserstoffbereich, dann sehen Sie diese Wasserstoff, egal, das sieht auf meinem irgendwie fehlten Farbe jetzt, das sieht auf meinem Slide ja ganz anders aus, viel spektakulärer, viel röter. Mal gucken hier, was passiert. Ein bisschen wackele. Ne, also das sieht ein bisschen dürftig aus. Der Himmel ist ganz voll, auf meiner Folie ganz rot, dann sehen wir die Wasserstoffverteilung. Wasserstoff sendet, molekulare Wasserstoff sendet eine 21 cm Linie aus, das ist Radiobereich, 1400 Megahertz. Wasserstoff sendet, neutraler Wasserstoff sendet 21 cm Wellenlänge aus, das ist Radiobereich, 1400 Megahertz. Und wenn wir die Radiostrom nämlich hätten, wüssten wir nicht, wo der Wasserstoff sitzt. Und der Wasserstoff ist der zentrale Baustein für die ganzen Sterne. Und mit dem Radio-Teleskop können wir eben gucken, wie sozusagen Wasserstoff verteilt ist. Und Infrarot zum Beispiel, sehen Sie ja auch nicht, das fehlt echt eine Farbe. Wenn Sie im sichtbaren Licht gucken, auf diese Stelle, das ist ein sogenanntes Dunkelnebel, dann sehen Sie ein Loch. Da ist nichts. Und wenn Sie mit Infrarot gucken, dann sehen Sie aber die Sterne dahinter, weil dieser Nebel, dieser dunkle Fleck ist im Wesentlichen Staub. Das Licht schluckt, aber nicht die Wärme. Und das heißt, wenn jetzt der Apparat richtig funktionieren würde, dann würden Sie hier hinten viele, viele, viele rote Sterne sehen. Also wir wissen, das ist kein Loch, sondern nur eine Staubwolke. Und so unterscheidet sich zum Beispiel unsere Milchstraße in den verschiedenen Wellenlängen. Wir können also mit jeder Wellenlänge, die dazukommt, was Neues lernen. Und Sie können zum Beispiel auch was lernen aus dem Mikrowellenbereich. Das Bild haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen. Das ist der kosmische Mikrowellenhintergrund. Das ist das erste Lichtsignal, was der Kosmos überhaupt ausgeschickt hat. Das war 380.000 Jahre nach dem Urknall. Da ist das Universum transparent geworden. Vorher konnte sich Licht überhaupt nicht ausbreiten, also elektrometrische Wellen. Da war das dicht. Und erst 380.000 Jahre nach dem Urknall wurde es so kühl, dass Licht sich erst mal nicht ausbreiten konnte. Und das hat sich durch die Ausdehnung mittlerweile abgekühlt auf den Mikrowellenbereich. Und deswegen können wir dieses Bild nur sehen im Mikrowellenbereich. Das ist zum Beispiel das Geburtsfoto unseres Kosmos, was wir mit einem Lichtapparat machen konnten. Früher können wir nicht zurückblicken. Wir können nicht dahinter zurückblicken. Wir können nicht auf den Urknall blicken. Aber trotzdem, jede Welle hat uns mehr Informationen gegeben. Und Gravitationswellen leiden unter diesem Aspekt nicht. Die haben nichts mit elektromagnetischen Ausbreitungen zu tun. Die sind nicht temperaturabhängig. Das heißt, mit Gravitationswellen Astronomie können wir auch hinter diesen 380.000 Jahresgrenze hinausblicken und auf die Anfänge des Universums bis zum Urknall gucken. Und das wird auch versucht. Und wir können auch noch mehr machen. Wir können zum Beispiel, hier habe ich Ihnen eine Karte mitgebracht, die verschiedenen Gravitationswellen, die schon nachgewiesen wurden. Das war sozusagen schon viel mehr. Das war die erste. Und andere, die haben immer dieses kürzte mit den Jahreszahlen, dem Datum. Und eine ganz besonders. Letztes Jahr im August, am 17. August, wurde eine Gravitationswelle gemessen, auch wieder am LIGO, die es in sich hat. Denn diese Gravitationswelle kommt zusammen mit zwei Gamma-Ausbrüchen, die unabhängig gemessen wurden. Gamma-Strahlen sind seit den 60er Jahren bekannt. Gamma-Blitze, völlig unerklärlich. Die wurden auch zufällig entdeckt. Wie viel ist in der Wissenschaft von Satelliten, die eigentlich militärische Überwachung machen sollten. Also sie sind um die Erde gefogen, die Amerikaner haben bei den Russen geguckt und bei den Chinesen, die Russen bei den Amerikanern und den Chinesen, weil Nuklearversuche, auch wenn sie unterirdisch sind, erzeugen Gamma-Strahlung. Das waren Satelliten, die haben diese Gamma-Strahlung gemessen, um die Rüstungskontrolle zu überwachen. Und dann haben die auf einmal ein Signal von hinten gekriegt. Oh, sitzen die Russen jetzt auf dem Mond, ja? Und das war unerklärlich und dann haben die 1973 aber nachweisen können, dass diese Signale aus den Tiefen des Raumes kommen. Und das ist doch gut so, wenn wir in die Nähe dran wären, dann wäre die Erde steril. Die kommen von ganz weit weg, sind sehr energetisch und unerklärlich. Es gibt viele Theorien, wie die entstehen können. Man wusste, dass sie räumlich aus sehr kleinem Gebiet kommen, weil sie sehr kurz sind. Also sie sind sehr kompakt und sehr energiereich, extrem energiereich, die zweitenergiereichste Strahlungsform nach den Gravitationswellen. Und im letzten Jahr, im August, hat man zum ersten Mal diese zwei von diesen Gamma-Blitzen gemessen, unabhängig voneinander und gleichzeitig eine Gravitationswelle, die dazugehört. Und weil die das gemessen haben mit sehr hoher räumlicher Auflösung, wusste man, wo man hingucken musste. Und da haben sich alle Teleskope der Welt sozusagen darauf gerichtet. Ich habe es aufgeschrieben. Also das wurde entdeckt in der Galaxie NGC 4993, die ist 130 Millionen Lichtjahre entfernt, das ist relativ nah für kosmische Verhältnisse, also anders als eine Milliarde. Und da hat man auch diesen Punkt dann gefunden, der auf einmal hell aufleuchtete. Da haben sich dann 170 Observatorien und 100 Teleskope darauf gestürzt, auch ein paar im Erdumlauf, Hubble und noch andere, und haben das sehr ausführlich analysiert, das Nachglühen. Und deswegen haben wir sehr, sehr viel gelernt von diesem Ereignis, das nennt man Astronomen, also Gravitationswellenastronomie oder Multimessengerastronomie, wenn sich viele Teleskope unterschiedlichster Bauart auf ein Event stürzen, das kommt jetzt öfter mal vor, und da hat man eben gelernt, dass das zwei kollidierende Neutronensterne sein müssen, die miteinander verschmelzen und die haben Vorteile gegenüber schwarzen Löchern. Bei Neutronenstern, da geht das alles langsamer, da haben Sie ein Signal, das dauert länger, Gravitationswelle 100 Sekunden lang, ungefähr 1500 Umdrehungen hat man da messen können und dann am Ende, Neutronenstern haben eine echte massive Oberfläche, die krachen aufeinander, schwarze Löcher haben keine Oberfläche, das sind ja nur sozusagen mathematische Hüllen, wenn man so will, die verschmelzen sozusagen folgenlos. Da passiert nichts weiter, da gibt es keine Röntgenstrahlung, da gibt es keine Gammastrahlung, die verschwinden einfach und machen eine riesen Gravitationswelle, aber diese Neutronenstern machen viel mehr. Die machen jede Menge Röntgenstrahlung, Gammastrahlung, sichtbares Licht, Wärmestrahlung, das kann man alles analysieren und daraus kann man eine Menge lernen und das haben die auch gemacht. Unter anderem hat man gelernt, oder jetzt eine richtig gute Theorie, die durch diese Beobachtung gestützt wird, jetzt weiß man, wo die ganz schweren Elemente herkommen. Gold zum Beispiel. Gold dürfte es eigentlich gar nicht geben, denn alles, was jenseits von Eisen ist, wird in den natürlichen Sternen nicht erzeugt und Gold kann nur entstehen, wenn Sie ein Eisenatom nehmen und da jede Menge Neutronen reinpumpen, Sie dann irgendwann den Protonen umwandeln, die Ordnungszahl erhöhen, dann haben Sie Gold zum Beispiel oder Platin. Und das heißt, wenn Sie jetzt einen E-Ring haben aus Gold, dann besteht der zum allergrößten Teil aus Material von Neutronensternen. Von weit weg, machen Sie das mal klar. Ja, da wird der Ring gleich viel kostbarer. Also all das und noch viel mehr hat man gelernt aus diesem Ereignis und das nennt man eben Gravitationswellenastronomie und deswegen sind die Leute so scharf drauf. Man will also immer bessere Detektoren bauen, damit immer empfindlichere Signale gemessen werden können, räumliche Bestimmungen gemacht werden können und dann wird das genauso erfolgreich sein wie Röntgen, wie Radioastronomie und dann wird unser Werkzeugkasten doll erhöhen und das sind also ganz spannende Zeiten. Schicken Sie Ihr Kind zum Physikstudium. Das kriegt das dann alles mit. Okay, zurück zu Herrn Billing, das hat man auch erkannt, dass er sozusagen, irgendwann hat man es erkannt, dass er doch maßgebliche Anteile daran hatte. Er hat dann 1987 die Konradtuse-Medaille bekommen für seine Computerleistungen als erster Empfänger dieser Medaille, 2006 den Maximilians-Orden für Wissenschaft und Kunst, die höchste Auszeichnung der Bayerischen Staatsregierung, weil er ja in Garching gewohnt hat und gearbeitet hat. 2013 wurde er dann Ehrenbürger der Stadt Salzwedel und von diesem Ereignis stammt dieses Bild und 2015 hat er das Bundesverdienstkreuz erster Klasse bekommen, aber ich glaube, die Auszeichnung oder das Ereignis, was ihm am besten getan hat, gefallen hat, war, dass er das noch erleben durfte, dass Gravitationswellen tatsächlich entdeckt wurden, denn er hat seinem Nachfolger, wenn man so will, Herrn Dansmann, gesagt, ich bleibe so lange am Leben, bis wir die Gravitationswellen entdeckt haben, das hat er geschafft, gerade so, ich weiß nicht, ob Sie ihn vorher angerufen haben, damit er das auch sicher noch weiß, also vor der öffentlichen Bekanntgabung, aber er hat er auf jeden Fall mit der öffentlichen Bekanntgabe auch geschafft und ist dann am 4. Januar 2017 in Garching verstorben, fast 103 Jahre alt geworden, dazu trägt auch bei, dass er auch einer der glücklichsten Menschen der Welt war wahrscheinlich, weil er forschen konnte, was er wollte und er keine weiteren Ambitionen hatte, als das zu tun, was er wollte und dafür hat er sein Geld gekriegt und das war gut so und ich glaube, er ist als sehr zufriedener Mensch gestorben. Ja, damit bin ich mit deutlicher Überziehung, am Ende tut mir leid, aber wie gesagt, das Steroid sorgt dafür, dass ich viel rede, zu viel. Und das ist die Schlussfolie, ich hoffe, Sie hatten wenigstens ein bisschen Spaß und sind nicht ganz müde geredet worden. Vielen Dank. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020